1. Kapitel In welchem wir Winnie dem Pooh und einigen Bienen vorgestellt werden und die Geschichten beginnen. Hier kommt nun Eduard Bär die Treppe herunter. Rumpel die Pumpel auf dem Hinterkopf hinter Christopher Robin. Es ist dies, soweit er weiß, die einzige Art Trepp abzugehen. Aber manchmal hat er das Gefühl, als gäbe es in Wirklichkeit noch eine andere Art, wenn er nun mal einen Augenblick lang mit dem Gerumpel aufhören und darüber nachdenken könnte. Und dann hat er das Gefühl, dass es vielleicht keine andere Art gibt. Jedenfalls ist er jetzt unten angekommen und bereit, dir vorgestellt zu werden. Winnie der Pooh Als ich seinen Namen zum ersten Mal hörte, sagte ich, genau wie du es jetzt gleich sagen wirst. Aber ich dachte, das wäre ein Junge. Dachte ich auch, sagte Christopher Robin. Dann kann man ihn doch nicht Winnie nennen, oder? Tue ich ja gar nicht. Aber du hast doch gesagt, er heißt Winnie der Pooh. Weißt du nicht, was der bedeutet? Genau, genau, jetzt weiß ich es, sagte ich schnell. Und ich hoffe, du weißt es auch, denn mehr als diese Erklärung wirst du nicht kriegen. Manchmal möchte Winnie der Pooh irgendein Spiel spielen, wenn er die Treppe heruntergekommen ist. Und manchmal sitzt er gern still vor dem Kamin und lauscht einer Geschichte. An diesem Abend? Wie wär's mit einer Geschichte? sagte Christopher Robin. Ja, wie wär's mit einer Geschichte? sagte ich. Könntest du bitte so lieb und nett sein, Winnie dem Pooh eine zu erzählen? Ich glaube, das könnte ich, sagte ich. Welche Sorte von Geschichten mag er denn? Über sich selbst, denn diese Sorte von Bär ist er. Aha, ich verstehe. Würdest du also so überaus lieb und überaus nett sein? Ich werde es versuchen, sagte ich. Also versuchte ich es. Es war einmal vor einiger Zeit, und diese Zeit ist schon lange, lange her, etwa letzten Freitag, als Winnie der Pooh ganz allein unter dem Namen Sanders in einem Wald wohnte. Was heißt unter dem Namen? fragte Christopher Robin. Es heißt, dass er den Namen über der Tür in goldenen Buchstaben hatte und dass er darunter wohnte. Winnie der Pooh wollte es nur genauer wissen, sagte Christopher Robin. Jetzt weiß ich es genauer, sagte eine Brummenstimme. Dann werde ich fortfahren, sagte ich. Eines Tages, als er einen Spaziergang machte, kam er an eine freie Stelle inmitten des Waldes, und inmitten dieser Stelle stand eine große Eiche, und vom Wipfel des Baumes kam ein lautes Summgeräusch. Winnie der Pooh setzte sich an den Fuß des Baumes, steckte den Kopf zwischen die Pfoten und begann zu denken. Zuallererst sagte er sich, Dieses Summgeräusch hat etwas zu bedeuten. Es gibt doch nicht so ein Summgeräusch, das so einfach summt und summt, ohne dass es etwas bedeutet. Wenn es ein Summgeräusch gibt, dann macht jemand ein Summgeräusch. Und der einzige Grund dafür, ein Summgeräusch zu machen, den ich kenne, ist, dass man eine Biene ist. Dann dachte er wieder lange nach und sagte, Und der einzige Grund dafür, eine Biene zu sein, den ich kenne, ist, Honig zu machen. Und dann stand er auf und sagte, Und der einzige Grund, Honig zu machen, ist, damit ich ihn essen kann. Also begann er den Baum hinauf zu klettern. Er kletterte und er kletterte und er kletterte und während er kletterte, sang er sich ein kleines Lied vor. Es klang etwa so. Ich frage mich seit Jahr und Tag, warum ein Bär den Honig mag. Summ, 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 ich frage mich warum. Dann kletterte er etwas weiter und noch etwas weiter und dann noch ein bisschen weiter. Unterdessen war ihm ein zweites Lied eingefallen. Schon seltsam, dass wenn Bären Bienen wären, dann wäre ihnen auch ein Nest ganz unten eigen. Und wenn es dann so wäre, die Bienen wären Bären, dann brauchten wir auch nicht so hoch zu steigen. Inzwischen war er ziemlich erschöpft und deshalb sang er ein Beklagelied. Er war nun fast da und wenn er sich nur noch auf diesen Ast stellte, krach! Ach, Hilfe! sagte Puh, als er auf den Ast drei Meter tiefer fiel. Wenn ich nur nicht, sagte er, als er sechs Meter tiefer auf dem nächsten Ast aufprallte. Ich wollte nämlich eigentlich, erläuterte er, als er diesmal kopfüber neun Meter tiefer auf einen weiteren Ast krachte. Was ich eigentlich vorhatte, natürlich war es ziemlich, gab er zu, als er sehr schnell durch die nächsten sechs Äste rauschte. Es kommt alles, nehme ich an, daher, entschied er, als er sich vom letzten Ast verabschiedete, sich dreimal um sich selbst drehte und anmutig in einen Stechginsterbusch flog. Es kommt alles daher, dass man Honig so sehr schätzt. Ach, Hilfe! Er krabbelte aus dem Stechginsterbusch, wischte sich die Stacheln von der Nase und begann wieder zu denken. Und der erste, an den er dachte, war Christopher Robin. War ich das, sagte Christopher Robin mit ehrfürchtiger Stimme und wagte es kaum zu glauben. Das warst du. Christopher Robin sagte nichts, aber seine Augen wurden immer größer und sein Gesicht wurde immer röter. Also besuchte Winnie der Pooh seinen Freund Christopher Robin, der hinter einer grünen Tür in einem anderen Teil des Waldes wohnte. Guten Morgen, Christopher Robin, sagte er. Guten Morgen, Winnie der Pooh, sagtest du. Ich frage mich, ob du wohl so etwas wie einen Ballon im Hause hast. Einen Ballon? Ja, ich sagte gerade zu mir, als ich vorbeikam, ich frage mich, ob Christopher Robin wohl so etwas wie einen Ballon im Hause hat. Ich sagte das nur so zu mir, weil ich gerade an Ballons dachte und weil ich mich das fragte. Wozu möchtest du einen Ballon? Sagtest du. Winnie der Pooh sah sich um, ob auch niemand lauschte, legte die Pfote an den Mund und flüsterte mit tiefer Stimme. Honig. Aber mit Ballons kriegt man keinen Honig. Ich schon, sagte Pooh. Ja, und zufällig warst du gerade an dem Tag zuvor auf einer Party im Haus deines Freundes Ferkel gewesen und auf der Party hatte es Ballons gegeben. Du hattest einen großen grünen Ballon gehabt und einer von Kaninchens Verwandten hatte einen großen blauen gehabt und dort gelassen, weil er eigentlich noch zu jung war, um überhaupt auf Partys zu gehen. Und deshalb hattest du den grünen und den blauen mit nach Hause genommen. Welchen möchtest du? Fragtest du Pooh. Er steckte den Kopf zwischen die Pfoten und dachte sehr gründlich nach. Es ist nämlich so, sagte er, wenn man sich mit einem Ballon Honig besorgen möchte, kommt es vor allen Dingen darauf an, die Bienen nicht merken zu lassen, dass man kommt. Wenn man nun also einen grünen Ballon hat, könnten sie denken, dass man nur ein Teil des Baumes ist und sie bemerken einen nicht. Und wenn man einen blauen Ballon hat, könnten sie denken, dass man nur ein Teil des Himmels ist. Und sie bemerken einen nicht. Und da ist die Frage, was ist am wahrscheinlichsten? Denkst du nicht, sie bemerken dich unter dem Ballon? Fragtest du. Vielleicht, vielleicht auch nicht, sagte Winnie der Pooh. Bei Bienen kann man nie wissen. Er dachte einen Augenblick lang nach und sagte, Ich werde versuchen, wie eine kleine schwarze Wolke auszusehen. Das wird sie täuschen. Dann nimm lieber den blauen Ballon, sagtest du. Und so wurde es beschlossen. Und dann seid ihr beide mit dem blauen Ballon weggegangen. Und du hast dein Gewehr mitgenommen für alle Fälle, wie du das immer tust. Und Winnie der Pooh ging zu einer sehr schlammigen Stelle, die er kannte. Und dort wälzte und wälzte er sich, bis er am ganzen Körper schwarz war. Und dann, als der Ballon so groß aufgeblasen war, dass man ihn groß nennen konnte, hast du zusammen mit Pooh die Schnur festgehalten. Und dann hast du plötzlich die Schnur losgelassen. Und Pooh, der Bär, schwebte anmutig hinauf in den Himmel. Und blieb dort, auf gleicher Höhe mit dem Wipfel des Baumes und etwa sieben Meter davon entfernt. Hurra, hast du gerufen. Ist das nicht toll, rief dir Winnie von dort oben zu. Wie sehe ich aus? Du siehst aus wie ein Bär, der sich an einem Ballon festhält, sagtest du. Nicht, sagte Pooh besorgt, wie eine kleine schwarze Wolke in einem blauen Himmel. Nicht sehr. Naja, vielleicht sieht es von hier oben anders aus. Und wie ich schon sagte, bei Bienen kann man nie wissen. Es wehte kein Wind, um ihn näher an den Baum zu blasen. Und so blieb er, wo er war. Er konnte den Honig sehen, er konnte den Honig riechen, aber er kam nicht so richtig an den Honig heran. Nach kurzer Zeit ließ er wieder von sich hören. »Christopher Robin?«, flüsterte er laut. »Hallo?« »Ich glaube, die Bienen schöpfen Verdacht.« »Was haben sie gedacht?« »Ich weiß es nicht, aber ich habe den Eindruck, dass sie argwöhnisch sind.« »Vielleicht glauben sie, dass du hinter ihrem Honig her bist.« »Daran könnte es liegen. Bei Bienen kann man nie wissen.« Wieder trat Stille ein, und dann wandte er sich wieder an dich. »Christopher Robin?« »Ja?« »Hast du einen Regenschirm zu Hause?« »Ich glaube, schon.« »Ich wäre froh, wenn du ihn hierher bringen könntest und damit auf- und abgehen könntest und hin und wieder zu mir heraufsehen könntest. Und tch, tch, es riecht nach Regen. Ich glaube, wenn du das tätest, würde uns das dabei helfen, die Bienen zu täuschen.« »Da hast du nur in dich hinein gelacht, dummer alter Bär. Aber du hast es nicht laut gesagt, weil du ihn so sehr mochtest, und bist nach Hause gegangen und hast deinen Regenschirm geholt.« »Ah, da bist du ja!« rief Winnie der Puh dir von oben zu, sobald du wieder beim Baum warst. »Ich hatte bereits begonnen, mir Sorgen zu machen. Ich habe festgestellt, dass die Bienen jetzt eindeutig Verdacht schöpfen.« »Soll ich meinen Regenschirm aufspannen?«, sagtest du. »Ja, aber warte noch einen Augenblick. Wir müssen praktisch vorgehen. Die wichtige Biene, die man täuschen muss, ist die Bienenkönigin. Kannst du von da unten sehen, welche die Bienenkönigin ist?« »Nein.« »Wie schade.« »Tja, dann, wenn du mit deinem Schirm auf- und abgehst und tch, tch, es sieht nach Regen aus, sagst, werde ich ebenfalls mein Möglichstes tun und ein kleines Wolkenlied singen, wie wenn es eine Wolke vielleicht singen würde. Jetzt!« Während du also auf- und abgegangen bist und dich gefragt hast, ob es wohl regnen würde, sang Winnie der Puh dies Lied. »Als Wolke so im Blauen schweben, das ist und bleibt das wahre Leben, wenn ringsherum der Himmel blaut, singt jede schwarze Wolke laut. Als Wolke so im Blauen schweben, das ist und bleibt das wahre Leben, sie fühlt sich, wenn es blaut, sehr wohl in ihrer Haut.« Die Bienen summten immer noch so argwöhnisch wie eh und je. Einige verließen sogar ihr Nest und flogen um die Wolke herum, als sie die zweite Strophe dieses Liedes anstimmte, und eine Biene setzte sich der Wolke einen Augenblick lang auf die Nase, flog dann aber wieder weiter. »Christopher! Au! Robin!« rief die Wolke. »Ja!« »Ich habe gerade nachgedacht und bin zu einem sehr wichtigen Entschluß gekommen. Dies ist die falsche Sorte Bienen.« »Ist sie das?« »Die ganz falsche Sorte. Deshalb würde ich auch meinen, dass sie die falsche Sorte Honig machen, oder?« »Machen sie das?« »Ja, deshalb meine ich, ich komme lieber wieder herunter.« »Wie?«, hast du gefragt. Darüber hatte Winnie der Pooh nicht nachgedacht. Wenn er jetzt die Schnur losliest, würde er »bums« fallen und dieser Gedanke gefiel ihm nicht. Deshalb dachte er lange Zeit nach und dann sagte er »Christopher Robin, du musst den Ballon mit deinem Gewehr abschießen. Hast du dein Gewehr dabei?« »Natürlich habe ich mein Gewehr dabei«, sagtest du. »Aber wenn ich das tue, geht der Ballon kaputt.« »Aber wenn du es nicht tust«, sagte Pooh, »muss ich loslassen und dann gehe ich kaputt.« »Als er es so ausdrückte, hast du gesehen, dass es so war, wie es war und du hast sehr sorgfältig auf den Ballon gezielt und geschossen.« »Au!«, sagte Pooh. »Habe ich ihn verfehlt?«, fragtest du. »Nicht direkt verfehlt«, sagte Pooh. »Aber den Ballon hast du verfehlt.« »Das tut mir aber leid«, sagtest du, »und dann hast du noch mal geschossen. Und diesmal hast du den Ballon getroffen.« Und langsam strömte die Luft aus und Winnie der Pooh schwebte sachte zu Boden. Aber seine Arme waren davon, dass er die Ballonschnur so lange festgehalten hatte, so steif, dass sie noch länger als eine Woche lang in die Luft tragten. Und wenn eine Fliege kam und sich auf seine Nase niederließ, musste er sie wegblasen. Und ich glaube, aber ganz sicher weiß ich es nicht, dass er deshalb immer Pooh genannt wurde. »Ist das das Ende der Geschichte?«, fragte Christopher Robin. »Das ist das Ende dieser Geschichte. Es gibt noch andere. Über Pooh und mich? Und Ferkel und Kaninchen und über euch alle. Erinnerst du dich nicht? Natürlich erinnere ich mich. Und wenn ich mich dann zu erinnern versuche, vergesse ich es. Der Tag, an dem Pooh und Ferkel versuchten, das Hefferlump zu fangen. Sie haben es aber nicht gefangen, oder? Nein. Das könnte Pooh auch gar nicht, weil er überhaupt keinen Verstand besitzt. Habe ich es gefangen? Das kommt alles in der Geschichte vor. Christopher Robin nickte. Natürlich erinnere ich mich, sagte er. Nur Pooh erinnert sich nicht so recht. Und deshalb lässt er sich die Geschichte gern noch einmal erzählen. Denn dann ist es eine echte Geschichte und nicht bloß eine Erinnerung. Ganz meine Meinung, sagte ich. Christopher Robin stieß einen tiefen Seufzer aus, packte seinen Bären am Bein und ging zur Tür, wobei er Pooh hinter sich herzog. An der Tür drehte er sich um und sagte, kommst du noch und siehst dir an, wie ich bade? Vielleicht, sagte ich. Ich habe ihm noch nicht weh getan, als ich ihn angeschossen habe, oder? Kein bisschen. Er nickte und ging hinaus. Und einen Augenblick später hörte ich, wie Winnie der Pooh, Rumpeldi-Pumpel, hinter ihm die Treppe hinaufging. Zweites Kapitel In welchem Pooh einen Besuch macht und an eine enge Stelle gerät. Eduard Bär, seinen Freunden auch als Winnie der Pooh bekannt, oder einfach Pooh, ging eines Tages durch den Wald und summte stolz vor sich hin. Er hatte an jenem Morgen ein kleines Gesumm erdacht, während er vor dem Spiegel seine Kraftübungen machte. Tralala, tralala. Und er reckte sich, so hoch er konnte, und dann Tralala, tralala, oh Hilfe, la. Als er versuchte, seine Zehen zu erreichen. Nach dem Frühstück hatte er es sich immer wieder aufgesagt, bis er es auswendig konnte, und jetzt summte er es vollständig und fehlerfrei von vorne bis hinten durch. Es ging so. Tralala, 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 tralala. Rum, tum, tiedel, rum, tum. Tiedel, 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 Tiedel. Rum, tum, tum, Tiedel, Tiedel, Tiedel. Er summte sich also dies Gesumm vor und ging froh vor sich hin und fragte sich, was wohl alle anderen machten und was das wohl für ein Gefühl wäre, ein anderer zu sein. Als er plötzlich an einen sandigen Abhang kam und in dem Abhang war ein großes Loch. »Aha«, sagte Poo, »rumm, tumm, tidelum, tumm.« »Wenn ich überhaupt irgendwas über irgendwas weiß, bedeutet dieses Loch Kaninchen«, sagte er. »Und Kaninchen bedeutet Gesellschaft«, sagte er. »Und Gesellschaft bedeutet Essen und mir beim Summen zuhören und Ähnliches in der Art. Rumm, tumm, tumm, tidelum.« Also bückte er sich, steckte seinen Kopf in das Loch und rief, »Ist jemand zu Hause?« Plötzlich hörte man innen im Loch ein Trippeln und dann war es wieder still. »Ich sagte, ist jemand zu Hause?« rief Poo sehr laut. »Nein«, sagte eine Stimme. Dann fügte die Stimme hinzu, »du brauchst nicht so laut zu rufen. Beim ersten Mal habe ich dich bereits sehr gut gehört.« »So ein Mist«, sagte Poo, »ist denn überhaupt niemand da?« »Niemand«. Winnie der Poo zog seinen Kopf aus dem Loch und dachte ein wenig, und zwar dachte er, »es muss jemand da sein, denn jemand muss niemand gesagt haben.« Also steckte er seinen Kopf ins Loch zurück und sagte, »Hallo Kaninchen, bist du das nicht?« »Nein«, sagte Kaninchen, diesmal mit einer anderen Stimme. »Aber ist das nicht Kaninchens Stimme?« »Ich glaube nicht«, sagte Kaninchen. »Jedenfalls soll sie es nicht sein.« »Oh«, sagte Poo. Er zog seinen Kopf aus dem Loch, dachte noch einmal gründlich nach, steckte den Kopf ins Loch zurück und sagte, »Könnten Sie mir dann liebenswürdigerweise sagen, wo Kaninchen ist?« »Kaninchen besucht gerade seinen Freund Poo Bär, mit dem er sehr befreundet ist.« »Aber das bin ich doch«, sagte Bär, überaus erstaunt. »Welche Sorte von ich?« »Poo Bär.« »Bist du sicher?«, fragte Kaninchen noch erstaunter. »Ganz, ganz sicher«, sagte Poo. »Na, dann komm doch einfach rein.« Also gab sich Poo einen Schubs und noch einen Schubs und noch einen Schubs in das Loch hinein und schließlich war er drin. »Du hattest völlig recht«, sagte Kaninchen und sah ihn von oben bis unten an. »Du bist es. Schön, dich zu sehen.« »Wer hätte ich denn sonst sein sollen?« »Da war ich mir nicht sicher. Du weißt, wie es im Wald ist. Man kann nicht jeden in sein Haus lassen. Man muss vorsichtig sein. Wie wäre es mit einem Mundfall irgendwas?« Poo nahm immer schon um elf vormittags gern eine Kleinigkeit zu sich und er war sehr froh, als er sah, wie Kaninchen die Teller und Tassen hervorholte und als Kaninchen sagte »Honig oder Kondensmilch zum Brot«, war er so aufgeregt, dass er sagte »Beides«. Und dann, um nicht gierig zu wirken, fügte er »Aber macht ihr wegen des Brotes keine Umstände« hinzu. Und danach sagte er lange Zeit »Gar nichts«, bis er schließlich mit ziemlich klebriger Stimme vor sich hinsummend aufstand, Kaninchen liebevoll die Pfote drückte und sagte »Nun müsse er aber weiter.« »Musst du das wirklich?«, sagte Kaninchen höflich. »Tja«, sagte Poo, »ich könnte noch ein wenig bleiben, wenn es, wenn du...« Und er versuchte angestrengt nicht dorthin zu starren, wo der Küchenschrank stand. »Übrigens«, sagte Kaninchen, »wollte ich ebenfalls soeben das Haus verlassen.« »Ja, dann will ich mal weiter. Lebe wohl.« »Gut, gut, lebe wohl, falls du bestimmt nichts mehr möchtest.« »Gibt es denn noch mehr?«, fragte Poo schnell. Kaninchen hob den Deckel von jedem Topf und sagte »Nein, es war alles schon verputzt.« »Das habe ich mir gedacht«, sagte Poo und nickte bestätigend. »Na dann lebe wohl, ich muss weiter.« Und er begann aus dem Loch zu klettern. Er zog mit den Vorderpfoten und drückte mit den Hinterpfoten und nach einer gewissen Zeit war seine Nase wieder im Freien und dann seine Ohren und dann seine Vorderpfoten und dann seine Schultern und dann...« »Ach, Hilfe«, sagte Poo. »Ich gehe lieber wieder zurück.« »So ein Mist«, sagte Poo. »Ich muss hinaus.« »Es klingt mir beides nicht«, sagte Poo. »Ach, Hilfe, und so ein Mist.« Unterdessen wollte Kaninchen ebenfalls einen kleinen Gang tun und da die Vordertür bereits voll war, ging es zur Hintertür hinaus und kam zu Poo und sah ihn an. »Hallo, setzt du fest?«, fragte es. »Nein«, sagte Poo sorglos. »Ich ruhe mich nur aus und denke und summe vor mich hin.« »Komm, gib mir eine Pfote.« Poo, der Wehr, streckte eine Pfote aus und Kaninchen zog und zog und zog und zog. »Au«, schrie Poo, »du tust mir weh.« »Es ist eine Tatsache«, sagte Kaninchen, »du sitzt fest.« »Das kommt alles daher«, sagte Poo verärgert, »dass man Vordereingänge hat, die nicht groß genug sind.« »Das kommt alles daher«, sagte Kaninchen streng, »dass man zu viel isst.« »Ich dachte vorhin schon«, sagte Kaninchen, »wollte aber nichts sagen«, sagte Kaninchen, »dass einer von uns beiden zu viel isst«, sagte Kaninchen. »Und ich wusste, dass ich nicht derjenige war«, sagte es. »Dann werde ich mich mal auf den Weg machen und Christopher Robin holen.« Christopher Robin wohnte am anderen Ende des Waldes, und als er mit Kaninchen zurückkam und die vordere Hälfte von Poo sah, sagte er, »dummer alter Bär«, mit so liebevoller Stimme, »dass jeder wieder Hoffnung faßte.« »Mir fiel gerade ein«, sagte Bär und schniefte leicht, »dass Kaninchen vielleicht nie wieder seinen Vordereingang benutzen kann, und das wäre mir ein schrecklicher Gedanke«, sagte er. »Mir auch«, sagte Kaninchen. »Seinen Vordereingang benutzen?«, sagte Christopher Robin. »Natürlich wird es seinen Vordereingang wieder benutzen.« »Gut«, sagte Kaninchen. »Wenn wir dich nicht herausziehen können, Poo, schieben wir dich vielleicht wieder zurück.« Kaninchen kratzte sich nachdenklich am Schnurrbart und wies darauf hin, dass, sobald Poo zurückgeschoben worden war, er wieder zurück war, »und natürlich könne es selbst Kaninchen sich nichts Schöneres vorstellen, als Poo bei sich zu Hause begrüßen zu dürfen. Aber so sei es doch nun mal, manche wohnten auf Bäumen und manche wohnten unterirdisch und...« »Du meinst, ich komme hier nie wieder raus?«, sagte Poo. »Ich meine«, sagte Kaninchen, »dass es, nachdem du nun schon einmal so weit vorgedrungen bist, Verschwendung wäre, nicht in derselben Richtung weiterzuarbeiten.« Christopher Robin nickte. »Dann gibt es wohl nur eins«, sagte er. »Wir werden warten müssen, bis du wieder dünner bist.« »Wie lange dauert, dünner werden«, fragte Poo besorgt. »Etwa eine Woche, würde ich annehmen.« »Aber ich kann doch nicht eine Woche lang hier bleiben.« »Bleiben kannst du hier ganz leicht, dummer alter Bär. Dich hier herauszukriegen, ist so schwierig.« »Wir werden dir vorlesen«, sagte Kaninchen vergnügt, »und ich hoffe, dass es nicht schneit«, fügte er es hinzu. »Außerdem, mein Alter, nimmst du in meinem Haus reichlich viel Platz ein. Würde ich dir jetzt was ausmachen, wenn ich deine Hinterbeine als Handtuchhalter verwende? Ich meine, sie sind nun mal da, untätig, und es wäre sehr praktisch, wenn ich meine Handtücher dort zum Trocknen aufhängen könnte.« »Eine Woche«, sagte Poo düster. »Wie ist es denn mit Mahlzeiten?« »Mahlzeiten wird es, fürchte ich, nicht geben«, sagte Christopher Robin, »wegen des schnelleren Dünnerwerdens.« »Aber vorlesen werden wir dir.« Bär wollte gerade seufzen, merkte dann aber, dass er das nicht konnte, weil er so eingeklemmt war. Eine Träne rollte ihm die Wange hinunter, als er sagte, »Würdest du dann bitte ein gehaltvolles Buch vorlesen?« »Eins, das einem eingeklemmten Bären in starker Bedrängnis Hilfe und Trost spendet.« Also las Christopher Robin dem Nordende von Poo ein solches Buch vor, und Kaninchen hängte seine Wäsche am Südende auf, und dazwischen spürte Bär, wie er immer schlanker wurde. Und als die Woche vorüber war, sagte Christopher Robin, »Jetzt!« Also packte er Poo's Vorderpfoten und Kaninchen packte Christopher Robin und sämtliche Bekannten und Verwandten von Kaninchen packten Kaninchen und alle zogen und lange Zeit sagte Poo nur »Au« und »Ach«. Und dann, ganz plötzlich, sagte er »Plopp«, genau wie ein Korken, der aus der Flasche gezogen wird. Und Christopher Robin und Kaninchen und sämtliche Bekannten und Verwandten von Kaninchen fielen auf den Rücken und oben auf sie drauf fiel Winnie der Poo frei. Also schenkte er seinen Freunden ein Nicken des Dankes und setzte seinen Weg fort, wobei er stolz vor sich hinsummte. Aber Christopher Robin sah ihm liebevoll nach und sagte, »Dummer alter Bär!« Drittes Kapitel Das Ferkel wohnte in einer großartigen Wohnung inmitten einer Buche und die Buche stand inmitten des Waldes und das Ferkel wohnte inmitten der Wohnung. Gleich neben der Wohnung stand ein zerbrochenes Schild, auf dem »Betreten« stand. Als Christopher Robin das Ferkel fragte, was das zu bedeuten habe, sagte es, das sei der Name seines Großvaters, ein Name, der schon lange in der Familie sei. Christopher Robin sagte, man könne nicht »Betreten« heißen. Und Ferkel sagte, doch, das könne man. Sein Großvater habe ja so geheißen. Und es sei die Abkürzung für »Betreten« »Vick«, welches die Abkürzung von »Betreten« »Viktor« sei. Und sein Großvater habe zwei Namen gehabt, für den Fall, dass er mal einen verlöre. »Betreten« nach einem Onkel und »Viktor« nach »Betreten«. »Ich habe auch zwei Namen«, sagte Christopher Robin leichtsinnig. »Siehst du, das beweist es ja«, sagte Ferkel. An einem schönen Wintertag, als Ferkel gerade den Schnee vor seiner Wohnung wegfegte, blickte es zufällig von seiner Arbeit auf, und da war Winnie der Puh. Puh ging immer im Kreis herum und dachte an etwas anderes. Und als Ferkel mit ihm reden wollte, ging er einfach weiter. »Hallo«, sagte Ferkel. »Was machst du denn?« »Ich jage«, sagte Puh. »Was jagst du denn?« »Ich spüre etwas auf«, sagte Puh sehr geheimnisvoll. »Was spürst du denn auf?«, sagte Ferkel. »Und kam näher.« »Genau das frage ich mich auch. Ich frage mich, was?« »Und was glaubst du? Wirst du dir antworten?« »Ich muss warten, bis ich es eingeholt habe«, sagte Winnie der Puh. »Da, sieh mal«, er zeigte auf den Boden vor sich. »Was siehst du da?« »Spuren«, sagte Ferkel. »Pfotenabdrücke.« Es quiekte leicht vor Aufregung. »Oh, Puh, glaubst du, es ist ein, ein, ein Wuschel?« »Könnte sein«, sagte Puh. »Manchmal ist es das und manchmal ist es das nicht. Bei Pfotenabdrücken kann man nie wissen.« Nach diesen knappen Worten nahm er die Spurensuche wieder auf und Ferkel rannte ihm, nachdem es ihn ein bis zwei Minuten lang beobachtet hatte, nach. Winnie der Puh war plötzlich stehen geblieben und beugte sich verblüfft über die Spuren. »Was ist los?«, fragte Ferkel. »Es ist sehr merkwürdig«, sagte Bär, »aber es scheinen plötzlich zwei Tiere zu sein. Diesem, egal was es war, scheint sich ein weiteres, egal was es ist, angeschlossen zu haben, und die beiden setzen nun gemeinsam ihren Weg fort. Würde es dir etwas ausmachen, mich zu begleiten, Ferkel, falls sie sich als feindselige Tiere erweisen sollten?« Ferkel kratzte sich sehr anmutig am Ohr und sagte, »bis nächsten Freitag habe es nichts vor, und es würde ihn mit Vergnügen begleiten, falls es tatsächlich ein Wuschel war.« »Du meinst, falls es tatsächlich zwei Wuschel sind«, sagte Winnie der Puh, und Ferkel sagte, »bis nächsten Freitag habe es jedenfalls nichts vor.« So gingen sie zusammen los. Genau dort befand sich ein kleines Dickicht aus Lärchenbäumen, und es schien, als wären die beiden Wuschel, falls es welche waren, um dieses Dickicht herumgegangen. Also folgten ihnen Puh und Ferkel um dieses Dickicht herum. Ferkel vertrieb sich die Zeit, indem es Puh erzählte, was sein Großvater betreten F. gegen Steifheit in den Gliedern nach der Spurensuche unternommen hatte, und wie sein Großvater betreten F. in seinen späteren Jahren an Kurzatmigkeit gelitten habe, sowie anderes Interessantes. Und Puh fragte sich, wie ein Großvater wohl aussehen mochte, und ob sie vielleicht gerade zwei Großvätern auf der Spur waren, und ob er, falls es so war, einen davon mit nach Hause nehmen und balten durfte, und was Christopher Robin dazu sagen würde. Und immer noch liefen die Spuren vor ihnen her. Plötzlich blieb Winnie der Puh stehen und zeigte aufgeregt nach vorn. »Guck mal!« »Was?« sagte Ferkel und sprang in die Luft. Und dann, um zu zeigen, dass es keine Angst gehabt hatte, sprang es noch ein paar Mal in die Luft, und das sah aus wie Turnübungen. »Die Spuren«, sagte Puh. »Ein drittes Tier hat sich den beiden anderen angeschlossen.« »Puh«, schrie Ferkel, »glaubst du, es ist ein weiteres Wuschel?« »Nein«, sagte Puh, »denn es hinterließ andere Spuren. Es sind entweder zwei Wuschel und ein, falls es das ist, Wischel, oder zwei, falls sie das sind, Wischel und ein, falls es das ist, Wuschel. Wir wollen ihnen weiter folgen.« So gingen sie weiter, nur waren sie jetzt ein wenig besorgt. Es könnte ja sein, dass die drei Tiere vor ihnen feindselige Absichten hegten. Und Ferkel wünschte sich, seinen Großvater B. F. wäre hier anstatt woanders. Und Puh dachte, wie schön es doch wäre, wenn sie jetzt plötzlich und ganz zufällig Christopher Robin treffen. Und zwar nur, weil er Christopher Robin so gern hatte. Und dann, ganz plötzlich, blieb Winnie der Puh wieder stehen und leckte sich die Nasenspitze, denn ihm war so heiß und er war so besorgt wie noch nie in seinem Leben. Da waren vier Tiere vor ihnen. »Siehst du das, Ferkel? Sieh dir die Spuren an. Drei, falls sie welche sind, Wuschel und ein, falls es eins ist, Wischel. Ein weiteres Wuschel ist dazugekommen.« Genau so schien es zu sein. Dort waren die Spuren. Hier liefen sie übereinander, dort vermengten sie sich. Aber ganz deutlich sah man sie hier und da. Die Spuren von vier Pfotenpaaren. »Ich glaube«, sagte Ferkel, nachdem es sich ebenfalls die Nase geleckt und gefunden hatte, dass dies ein wenig Trost brachte. »Ich glaube, mir ist gerade etwas eingefallen. Mir ist gerade etwas eingefallen, was ich gestern zu tun vergessen habe und was ich morgen nicht tun kann. Deshalb finde ich, ich sollte wirklich nach Hause gehen und es jetzt tun.« »Wir werden es heute Nachmittag tun und dann komme ich mit«, sagte Puh. »Es ist nichts, was man nachmittags tun kann«, sagte Ferkel schnell. »Es ist eine ganz spezielle Morgensache, die morgens getan werden muss und zwar, wenn möglich, zwischen, was würdest du sagen, Puh, wie spät ist es jetzt?« »Etwa zwölf«, sagte Winnie der Puh und sah nach der Sonne. »Zwischen, wie ich schon sagte, zwölf und fünf nach zwölf. Also wirklich, liebster, bester Puh, wenn du mich einstweilen entschuldigst. Was ist das?« Puh sah in den Himmel hinauf und dann, als er den Pfiff noch einmal hörte, in die Äste einer hohen Eiche. Und dann sah er einen Freund. »Es ist Christopher Robin«, sagte er. »Dann brauche ich mehr, keine Sorgen mehr, um dich zu machen«, sagte Ferkel. »Mit ihm kann dir nichts passieren. Ich lebe wohl«, und es trabte so schnell wie möglich nach Hause, sehr froh darüber aller Gefahr entronnen zu sein. Christopher Robin kam langsam von seinem Baum herunter. »Dummer alter Bär«, sagte er, »was hast du denn gemacht?« »Zuerst bist du nur zweimal allein um das Dickicht herumgegangen?« »Dann ist ihr Ferkel nachgelaufen und ihr seid zusammen um das Dickicht gegangen.« »Und dann, als ihr gerade zum vierten Mal«, »warte mal«, sagte Puh und hielt eine Pfote hoch. Er setzte sich hin und dachte, und zwar so nachdenklich, wie er nur denken konnte. Dann stellte er seine Hinterpfote in einen der Pfotenabdrücke, und dann kratzte er sich zweimal an der Nase und stand auf. »Ja«, sagte Winnie der Puh. »Jetzt verstehe ich«, sagte Winnie der Puh. »Ich war ein verblendeter Narr«, sagte er, »und ich bin ein Bär ohne jeden Verstand.« »Du bist der beste Bär der ganzen Welt«, sagte Christopher Robin beruhigend. »Stimmt das«, sagte Puh voller Hoffnung, und dann erhellte sich plötzlich seine Miene. »Auf jeden Fall«, sagte er, »ist es schon fast Zeit zum Mittagessen.« Deshalb ging er nach Hause. Viertes Kapitel Der alte graue Esel I.A. stand allein in einem distelbewachsenen Winkel des Waldes, die Vorderbeine gespreizt, den Kopf auf eine Seite gelegt und dachte über alles nach. Manchmal dachte er traurig bei sich, »Warum?« Und manchmal dachte er, »Wozu?« Und manchmal dachte er, »Inwiefern?« Und manchmal wußte er nicht so recht, worüber er nachdachte. Als also Winnie der Puh angestappt kam, war er sehr froh, weil er ein bisschen mit Denken aufhören konnte, um in düsterer Weise, »Wie geht es dir?« zu ihm zu sagen. »Und wie geht es dir?« sagte Winnie der Puh. I.A. schüttelte den Kopf von einer Seite zur anderen. »Nicht sehr wie«, sagte er. »Mir scheint es schon seit längerer Zeit überhaupt nicht mehr gegangen zu sein.« »Meine Güte«, sagte Puh, »das tut mir aber leid. Lass dich mal anschauen.« So stand I.A. da, starrte traurig den Boden an und Winnie der Puh ging einmal um ihn herum. »Was ist denn mit deinem Schwanz passiert?«, sagte er überrascht. »Was ist denn mit ihm passiert?«, sagte I.A. »Er ist nicht da.« »Bist du sicher?« »Also entweder ist ein Schwanz da, oder er ist nicht da. Da kann man keinen Fehler machen, und deiner ist nicht da.« »Sondern?« »Nichts?« »Ich muss mal nachsehen«, sagte I.A. »Und er drehte sich langsam dorthin, wo sein Schwanz vor kurzem gewesen war. Und dann, als er merkte, dass er ihn nicht einholen konnte, drehte er sich anders herum, bis er dorthin zurückkam, wo er zuerst gewesen war. Und dann senkte er den Kopf und sah zwischen seinen Vorderbeinen hindurch. Und zum Schluss sagte er mit einem langen, traurigen Seufzer. »Ich glaube, du hast recht.« »Natürlich habe ich recht«, sagte Pooh. »Das erklärt einiges«, sagte I.A. düster. »Es erklärt alles. Kein Wunder.« »Du musst ihn irgendwo gelassen haben«, sagte Winnie der Pooh. »Jemand muss ihn genommen haben«, sagte I.A. »Das sieht Ihnen ähnlich«, fügte er nach langem Schweigen hinzu. Pooh fand, dass er etwas Hilfreiches sagen sollte, aber er wußte nicht recht was. Also beschloss er stattdessen, etwas Hilfreiches zu sagen. »I.A.«, sagte er feierlich. »Ich, Winnie der Pooh, werde deinen Schwanz für dich finden.« »Danke, Pooh«, erwiderte I.A. »Du bist ein echter Freund«, sagte er. »Nicht wie manche anderen«, sagte er. Also machte sich Winnie der Pooh auf den Weg, um I.A.s Schwanz zu finden. Es war ein schöner Frühlingsmorgen im Wald, als er losging. Kleine, weiche Wolken spielten froh an einem blauen Himmel und hüpften hin und wieder vor die Sonne. Als wollten sie sie ausknipsen und glitten ganz plötzlich wieder weg, damit die nächste Wolke es auch einmal versuchen konnte. Durch sie hindurch und zwischen ihnen schien tapfer die Sonne und ein Wäldchen, das seine Tannen das ganze Jahr hindurch getragen hatte, sah jetzt neben der neuen grünen Spitze, mit der sich die Buchen geschmückt hatten, alt und ungepflegt aus. Durch Gehölz und Dickicht marschierte Bär, offene Hänge voller Stechginster und Heidekraut hinab, über felsige Flussbetten, steile Böschungen aus Sandstein hinauf und wieder ins Heidekraut und so zum Schluss in den 160 Morgenwald. Denn im 160 Morgenwald wohnte Eule. Und wenn irgendwer irgendwas über irgendwas weiß, sagte sich Bär, dann ist es Eule, die was über was weiß, sagte er. Oder ich heiße nicht Winnie der Pooh, sagte er. Ich heiße aber so, fügte er hinzu. Und das beweist, dass ich recht habe. Eule wohnte an einer Adresse namens Zu den Kastanien, einem Landsitz von großem Zauber, wie man ihn aus der alten Welt kennt, und diese Adresse war großartiger als alle anderen. Zumindest kam es den Bären so vor, denn sie hatte sowohl einen Türklopfer als auch einen Klingelzug. Unter dem Türklopfer war ein Zettel mit der Aufschrift Bitte knüngeln, falls n-twort r-wartet wird. Unter dem Klingelzug war ein Zettel mit der Aufschrift Bitte klopfen, falls keine n-twort r-wartet wird. Diese Zettel waren von Christopher Robin beschriftet worden, welcher der einzige im Wald war, der buchstabieren konnte. Denn Eule, so weise sie in vielen Dingen war, und obwohl sie lesen und schreiben und ihren eigenen Namen Eule buchstabieren konnte, wurde von feineren Wörtern wie Ziegenpeter oder Toast mit Butter zur Verzweiflung getrieben. Winnie der Pooh las die beiden Zettel sehr sorgfältig, zuerst von links nach rechts und dann, falls ihm etwas entgangen sein sollte, von rechts nach links. Dann, um ganz sicher zu gehen, klopfte und zog er den Türklopfer und zog und beklopfte den Klingelzug und dazu rief er mit sehr lauter Stimme »Eule, ich erwarte eine Antwort, hier spricht Bär!« Und die Tür öffnete sich, und Eule sah heraus. »Hallo, Puh«, sagte sie, »wie geht's? Wie steht's?« »Schrecklich und traurig«, sagte Puh, »weil I.A., der ein Freund von mir ist, seinen Schwanz verloren hat, und jetzt bläst er Trübsal. Könntest du mir also überaus freundlicherweise sagen, wo ich ihn und den Schwanz für ihn, I.A., finden kann?« »Nun«, sagte Eule, »in solchen Fällen ist die übliche Verfahrensweite wie folgt.« »Was bedeutet übrige Sahnespeise?«, sagte Puh. »Denn ich bin ein Bär von sehr wenig Verstand, und lange Wörter jagen mir Angst ein.« »Es bedeutet, was zu tun ist.« »Solange es das bedeutet, habe ich nichts dagegen«, sagte Puh demütig. »Was zu tun ist, ist Folgendes. Zuerst muss man eine Belohnung aussetzen, dann Augenblick mal«, sagte Puh und hielt eine Pfote in die Luft. »Was müssen wir mit diesem Ding tun, was du gerade gesagt hast?« »Du hast gerade genießt, als du es mir sagen wolltest.« »Ich habe nicht genießt.« »Doch, du hast genießt, Eule.« »Entschuldige, Puh, aber ich habe nicht genießt. Man kann nicht genießen, ohne es zu wissen.« »Aber man kann es auch nicht wissen, ohne dass irgendetwas genießt worden wäre.« »Was ich sagte, war, dass man zuerst eine Belohnung aussetzen muß.« »Jetzt hast du wieder genießt«, sagte Puh traurig. »Eine Belohnung«, sagte Eule sehr laut. »Wir schreiben einen Zettel, auf dem steht, daß wir jedem, der I.A.'s Schwanz findet, ein größeres Sowieso geben.« »Verstehe, verstehe«, sagte Puh und nickte. »Da wir gerade von großen Sowisos sprechen«, fuhr er träumerisch fort, »um diese Zeit nämlich für gewöhnlich ein kleines Sowieso zu mir.« »Etwa um diese Zeit am Vormittag«, und er blickte wehmütig auf den Schrank in Eules Salon. »Nur einen Mund voll Dosenmilch oder sonst was, vielleicht mit einer Idee Honig.« »Wir schreiben also«, sagte Eule, »diesen Zettel, und wir hängen ihn überall im Wald auf.« »Eine Idee Honig«, murmelte Bär vor sich hin. »Oder, oder auch nicht, je nachdem.« Und er stieß einen tiefen Seufzer aus und versuchte angestrengt dem zuzuhören, was Eule sagte. Aber Eule sprach immer weiter und benutzte immer längere Wörter, bis sie zum Schluss dorthin zurückkam, wo sie angefangen hatte, woraufhin sie erklärte, die Person, die diesen Zettel schreiben müsse, sei Christopher Robin. »Er hat mir auch die Zettel an meiner Eingangstür geschrieben. Hast du sie gesehen, Puh?« Puh sagte nun schon seit einiger Zeit abwechselnd »Ja« und »Nein« mit geschlossenen Augen zu allem, was Eule sagte, und da er zuletzt »Ja, ja« gesagt hatte, sagte er diesmal »Nein, nicht im Geringsten«, ohne wirklich zu wissen, worüber Eule sprach. »Hast du sie nicht gesehen?« sagte Eule ein wenig überrascht. »Komm und sieh sie dir jetzt an!« Also gingen sie hinaus und Puh betrachtete den Kürklopfer und den Zettel darunter und er betrachtete den Klingelzug und den Zettel darunter und je länger er den Klingelzug betrachtete, desto mehr hatte er das Gefühl, dass er schon einmal etwas Ähnliches gesehen hatte, »Irgendwo anders, irgendwann zuvor!« »Hübscher Klingelzug, stimmt's?« sagte Eule. Puh nickte. »Er erinnert mich an etwas«, sagte er, »aber ich komme nicht darauf voran.« »Woher hast du ihn?« »Ich bin im Wald darauf gestoßen.« »Er hing an einem Busch.« »Und zuerst dachte ich, dass dort jemand wohnt. Deshalb habe ich daran geklingelt und nichts passierte.« »Und dann habe ich noch einmal ganz laut geklingelt und da ist es abgegangen und ich hatte es in der Hand.« »Und weil niemand es zu brauchen schien, habe ich es mit nach Hause genommen und...« »Eule«, sagte Puh feierlich. »Du hast einen Fehler gemacht. Jemand hat es gebraucht.« »Wer?« »I.A.« »Mein lieber Freund I.A.« »Er? Er hatte es sehr lieb.« »Er war mit ihm verbunden«, sagte Puh traurig. Mit diesen Worten entfernte er den Schwanz von dort, wo er festgehakt war und trug ihn zurück zu I.A. Und als Christopher Robin ihn wieder an seinem richtigen Platz festgemagelt hatte, tobte I.A. durch den Wald und wedelte so glücklich mit dem Schwanz, dass Winnie dem Puh ganz komisch zumute wurde und er schnell nach Hause musste, um einen kleinen Mundvoll oder etwas Ähnliches zu sich zu nehmen, um bei Kräften zu bleiben. Und als er sich eine halbe Stunde später den Mund wischte, sang er stolz vor sich hin »Wer fand den Schwanz?« »Ich sprach Puh um Viertel vor ganz«, das heißt, es war um Viertel vor elf »Ich fand den Schwanz«. Fünftes Kapitel In welchem Ferkel ein Hefferlump trifft Eines Tages, als Christopher Robin und Winnie der Puh und Ferkel alle miteinander sprachen, schluckte Christopher Robin das, was er gerade im Mund hatte, herunter und sagte beiläufig »Heute habe ich einen Hefferlump gesehen, Ferkel.« »Was hat es gemacht?«, fragte Ferkel. »Einfach so vor sich hin gelumpt«, sagte Christopher Robin. »Ich glaube nicht, dass es mich gesehen hat.« »Ich habe auch mal eins gesehen«, sagte Ferkel. »Jedenfalls glaube ich, dass ich eins gesehen habe«, sagte es. »Aber vielleicht war es gar keins.« »Ich auch«, sagte Puh und fragte sich, wie ein Hefferlump wohl aussehen mochte. »Man sieht sie nicht oft«, sagte Christopher Robin beiläufig. »Im Augenblick nicht«, sagte Ferkel. »Nicht zu dieser Jahreszeit«, sagte Puh. »Dann sprachen sie alle über etwas anderes, bis es für Puh und für Ferkel Zeit wurde, zusammen nach Hause zu gehen. Zuerst, als sie dem Pfad entlang stapften, der den 160 Morgenwald begrenzte, sprachen sie nicht viel miteinander. Aber als sie dann an den Bach kamen und als sie einander über die Trittsteine geholfen hatten und wieder nebeneinander über das Heidekraut gehen konnten, begannen sie sich freundschaftlich über dies und jenes zu unterhalten. Und Ferkel sagte »Falls du verstehst, was ich meine, Puh« und Puh sagte »Genau, das finde ich auch, Ferkel« und Ferkel sagte »Aber andererseits, Puh, müssen wir auch daran denken« und Puh sagte »Sehr richtig, Ferkel, es war mir nur kurz entfallen«. Und dann, gerade als sie zu den sechs Tannen kamen, blickte Puh sich um, um zu sehen, dass niemand lauschte und sagte mit sehr feierlicher Stimme »Ferkel, ich habe etwas beschlossen«, »Was hast du beschlossen, Puh?« »Ich habe beschlossen, ein Hefferlump zu fangen«. Puh nickte mehrmals mit dem Kopf, als er nichts sagte und wartete darauf, dass Ferkel »Wie?« sagte oder »Aber Puh, das kannst du doch nicht machen« oder sonst etwas Hilfreiches. Aber Ferkel sagte nichts. Das lag daran, dass Ferkel sich wünschte, es wäre selbst zuerst darauf gekommen. »Ich werde es tun«, sagte Puh, nachdem er noch etwas länger gewartet hatte, und zwar mit Hilfe einer Falle. »Falle, und es muss eine listige Falle sein, deshalb wirst du mir helfen, Ferkel.« »Puh«, sagte Ferkel, dem es jetzt wieder richtig gut ging, »Ich werde dir helfen«, und dann sagte es »Wie werden wir es machen«, und Puh sagte »Das ist es nämlich«, »Wie?« Und dann setzten sie sich zusammen hin, um es sich auszudenken. Puhs erste Idee war, dass sie eine sehr tiefe Grube graben sollten, und dann würde das Hefferlump kommen und in die Grube fallen, und »Warum?«, sagte Ferkel. »Warum was?«, sagte Puh. »Warum würde es hineinfallen?« Puh rieb sich die Nase mit der Pfote und sagte »Das Hefferlump könnte vielleicht vorbeikommen, ein kleines Lied summen, den Himmel betrachten und sich fragen, ob es wohl regnen würde, und deshalb würde es die sehr tiefe Grube nicht sehen, bis es zur Hälfte hineingefallen sei, aber dann wäre es schon zu spät.« Ferkel sagte »Das sei eine sehr gute Falle, aber angenommen, es regne bereits«, Puh rieb sich die Nase und sagte »Daran habe er nicht gedacht«, und dann besserte sich seine Laune, und er sagte, dass das Hefferlump, falls es bereits regne, den Himmel betrachten würde und sich fragen würde, ob es wohl bald wieder aufklaren würde, weshalb es die sehr tiefe Grube nicht sehen würde, bis es zur Hälfte hineingefallen wäre, und dann wäre es schon zu spät. Ferkel sagte »Jetzt, da dieser Punkt geklärt sei, finde es, die Falle sei sehr listig.« Puh war sehr stolz, als er das hörte, und er hatte das Gefühl, das Hefferlump sei schon so gut wie gefangen, aber es gab noch etwas, worüber nachgedacht werden musste, und das war dieses. Wo sollten sie die sehr tiefe Grube graben? Ferkel sagte »Der beste Platz sei irgendwo, wo ein Hefferlump war, bevor es hineinfiel, nur etwa dreißig Zentimeter weiter vorne.« »Aber dann würde es uns sehen, wie wir die Grube graben«, sagte Puh. »Nicht, wenn es den Himmel betrachtet.« »Es würde Verdacht schöpfen«, sagte Puh, »wenn es zufällig nach unten sieht.« Er dachte lange nach und fügte traurig hinzu, »Es ist nicht so leicht, wie ich dachte. Ich vermute, daran liegt es auch, dass Hefferlumps kaum jemals gefangen werden.« »Daran muss es liegen«, sagte Ferkel. Sie seufzten und standen auf, und als sie sich ein paar Stechginsterstacheln herausgezogen hatten, setzten sie sich wieder, und die ganze Zeit sagte Puh zu sich selbst, »wenn ich mir nur etwas ausdenken könnte.« Denn er hatte das sichere Gefühl, dass ein sehr scharfer Verstand ein Hefferlump fangen könnte, wenn er nur wüsste, wie er dabei vorgehen sollte. »Angenommen«, sagte er zu Ferkel, »du willst mich fangen. Wie würdest du das machen?« »Tja«, sagte Ferkel, »ich würde es so machen. Ich würde eine Falle bauen, und ich würde einen Topf Honig in die Falle stellen, und du würdest den Honig riechen, und du würdest in die Falle gehen, und...« »Und ich würde in die Falle gehen«, sagte Puh aufgeregt, »nur natürlich sehr vorsichtig, um mich nicht zu verletzen. Und ich würde den Honigtopf nehmen und zuallererst um den Rand herum lecken und so tun, als gäbe es nun keinen Honig mehr, verstehst du? Und dann würde ich weggehen und ein bisschen darüber nachdenken, und dann würde ich wiederkommen und in der Mitte des Topfes lecken, und dann...« »Ja, schon gut. Da wärst du dann also, und da würde ich dich dann auch fangen. Jetzt müssen wir als erstes darüber nachdenken, was mögen Hefferlumps. Eicheln würde ich meinen. Was meinst du? Wir wehren uns eine Menge... Puh, wach doch mal auf!« Puh, der in einen frohen Traum versunken war, wachte verdutzt auf und sagte, »Honig sei viel fallenmäßiger als Heucheln.« Ferkel war anderer Meinung, und sie wollten sich gerade darüber streiten, als Ferkel einfiel, dass, wenn sie Eicheln in die Falle täten, es Ferkel die Eicheln finden musste. Wenn sie dagegen Honig nahmen, musste sich Puh von Honig aus seinen eigenen Beständen trennen. Und deshalb sagte es, »Na gut, Honig!« Als Puh dies ebenfalls eingefallen war und gerade, »Na gut, Heicheln!« sagen wollte. »Honig!«, sagte Ferkel nachdenklich vor sich hin, als wäre es jetzt beschlossene Sache. »Ich werde die Grube graben, während du nach Hause gehst und den Honig holst!« »In Ordnung!«, sagte Puh und stapfte davon. Sobald er zu Hause angekommen war, ging er zum Küchenschrank und erstellte sich auf einen Stuhl und holte einen sehr großen Honigtopf vom obersten Brett. Auf dem Topf stand »Honig«. Aber nur, um ganz sicher zu gehen, entfernte er den Deckel aus Papier und sah genau hin. Und es sah genauso aus wie Honig. »Aber man kann ja nie wissen«, sagte Puh. »Ich weiß noch, wie mein Onkel einmal sagte, er habe Käse gesehen, der genau die gleiche Farbe hatte.« Also steckte er seine Zunge hinein und leckte einmal kräftig. »Ja«, sagte er, »es ist Honig, gar kein Zweifel. Und zwar würde ich sagen, bis ganz unten. Es sei denn natürlich«, sagte er, »dass jemand Käse unten hinein gepackt hat, als kleinen Streich sozusagen. Vielleicht sollte ich noch ein ganz kleines bisschen weiter probieren, nur für den Fall, dass Hefferlumpskäse nicht mögen, genauso wenig wie ich.« »Ah«, und er stieß einen tiefen Seufzer aus, »ich hatte recht, es ist Honig bis ganz unten.« Nachdem er sich davon überzeugt hatte, trug er den Topf zu Ferkel, und Ferkel sah vom Grunde seiner sehr tiefen Grube herauf und sagte, »Hast du ihn?« Und Puh sagte, »Ja, aber es ist kein ganz voller Topf.« Und er warf ihn zu Ferkel hinunter, und Ferkel sagte, »Nein, das ist er nicht. Ist das alles, was du übrig gelassen hast?« Und Puh sagte, »Ja, denn so war es.« Also stellte Ferkel den Topf auf den Boden der Grube und kletterte wieder hinaus, und die beiden gingen zusammen nach Hause. »Dann, gute Nacht, Puh«, sagte Ferkel, als sie zu Puhs Wohnung kamen. »Und wir treffen uns morgen früh um sechs bei deinen Tannen und sehen, wie viele Hefferlumps wir in unserer Falle haben.« »Um sechs, Ferkel, und hast du vielleicht Bindfaden?« »Nein. Warum möchtest du Bindfaden?« »Um sie damit nach Hause zu führen.« »Oh, ich denke doch, Hefferlumps kommen, wenn man pfeift.« »Manche kommen, und manche kommen nicht. Bei Hefferlumps kann man nie wissen.« »Dann, gute Nacht.« »Gute Nacht.« Und Ferkel trabte zu seiner Wohnung, betreten Fuh, während Puh seine Vorbereitungen für das Ins-Bett-Gehen traf. Ein paar Stunden später, als die Nacht gerade anfing, sich davonzustehlen, wachte Puh plötzlich mit einem Gefühl auf, als versinkte er. Er hatte dieses Gefühl des Sinkens schon vorher gehabt, und er wusste, was das bedeutete. Er hatte Hunger. Also ging er an den Speiseschrank, und er stellte sich auf einen Stuhl und streckte sich, bis er das oberste Brett erreicht hatte, und fand nichts. »Das ist seltsam«, dachte er. »Ich weiß, dass ich hier einen Topf mit Honig hatte. Einen vollen Topf voller Honig bis ganz oben, und »Honig« war draufgeschrieben, damit ich wusste, dass es Honig war. Das ist sehr seltsam.« Und dann begann er auf- und abzuwandern und fragte sich, wo er geblieben war, und murmelte ein Gemurmel vor sich hin. Und das ging so. »Dies ist ein echtes Rätsel mir. Ich weiß, ich hatte Honig hier, mit einem Zettel richtig fein und Honig draufgeschrieben. Ein Riesentopf voll bis zum Rand, und jetzt ist er mir durchgebrannt. Wo kann er hingegangen sein? Wo ist er nur geblieben?« Er hatte sich dies so ähnlich wie ein Gesang dreimal vorgemurmelt, als es ihm plötzlich wieder einfiel. Er hatte ihn in die listige Falle getragen, um das Hefferlump zu fangen. »So ein Mist«, sagte Puh, »das kommt alles daher, dass man versucht, Hefferlumps gut zu behandeln.« Und er ging zurück ins Bett. Aber er konnte nicht schlafen. Je mehr er zu schlafen versuchte, desto mehr konnte er nicht schlafen. Er versuchte, Schäfchen zu zählen, was manchmal eine gute Methode zum Einschlafen ist. Und als das nichts brachte, versuchte er, Hefferlumps zu zählen. Ach, und das war noch schlimmer. Denn jedes Hefferlump, das er zählte, begab sich schnurstracks auf den Weg zu einem Topf mit Honig von Puh und fraß ihn völlig leer. So lag er einige Minuten lang und fühlte sich elend. Aber als das 587. Hefferlump sich die Lefzen leckte und »Ganz köstlich, dieser Honig, erinnere mich nicht, niemals besseren gefressen zu haben«, sagte, konnte Puh es nicht mehr ertragen. Er sprang aus dem Bett, rannte aus dem Haus und lief geradewegs zu den sechs Tannen. Die Sonne war noch im Bett, aber am Himmel über dem 160-Morgenwald war eine Helligkeit, die zu zeigen schien, dass die Sonne gerade aufwachte und bald aus dem Nachthemd steigen würde. Im Dämmerlicht sahen die Tannen kalt und einsam aus, und die sehr tiefe Grube wirkte noch tiefer, als sie war, und Puhs Honigtopf unten in der Grube war etwas Geheimnisvolles, eine Form und sonst gar nichts. Aber als er näher kam, sagte ihm seine Nase, dass es tatsächlich Honig war, und seine Zunge kam heraus und begann seinen Mund von außen zu polieren, damit alles bereit war. »So ein Mist«, sagte Puh, als er die Nase in den Topf steckte. »Ein Hefferlump hat ihn aufgefressen.« Und dann dachte er ein bisschen und sagte, »Ach nein, ich war's«, glatt vergessen. Tatsächlich, er hatte den meisten Honig aufgegessen. Aber ganz unten am Boden des Topfes war noch ein bisschen übrig geblieben, und er steckte seinen Kopf eilig hinein und fing an zu lecken. Nach und nach wachte Ferkel auf. Sobald es wach war, sagte es »Ach«, dann sagte es tapfer »Ja«, und dann noch tapferer »Aber genau«. Aber es fühlte sich nicht sehr tapfer, denn das Wort, das ihm eigentlich im Hirn herumhüpfte, war »Hefferlumps«. »Wie war ein Hefferlump? War es wild? Kam es, wenn man pfiff? Und wie kam es? Konnte es Schweine überhaupt ausstehen?« Wenn es Schweine ausstehen konnte, war es dann wichtig, welche Sorte Schwein man war? Angenommen, es benahm sich Schweinen gegenüber wild, war es dann wichtig, wenn das Schwein einen Großvater namens Betreten Victor hatte? Ferkel wusste auf keine dieser Fragen eine Antwort. Und in etwa einer Stunde sollte es sein erstes Hefferlump zu sehen bekommen. Dann wäre natürlich Puh dabei, und bei zwei Personen wäre es bestimmt viel freundlicher. Aber angenommen, das Hefferlump benahm sich Schweinen und Bären gegenüber sehr wild. Wäre es dann nicht besser, Ferkel würde so tun, als hätte es Kopfschmerzen, weshalb es heute Morgen nicht zu den Sechstannen gehen könnte? Aber dann mal angenommen, es wäre ein sehr schöner Tag, und es wäre kein Hefferlump in der Falle, dann wäre Ferkel hier, den ganzen Vormittag im Bett, und das Ganze wäre schiere Zeitverschwendung. Was sollte es tun? Und dann hatte Ferkel eine schlaue Idee. Es wollte jetzt ganz leise zu den Sechstannen gehen, einen ganz vorsichtigen, kurzen Blick in die Falle werfen und sehen, ob dort ein Hefferlump war. Und wenn ein Star war, wollte es zurück ins Bett, und wenn kein Star war, wollte es nicht zurück ins Bett. So brach Ferkel auf. Zuerst dachte es, dass kein Hefferlump in der Falle war, und dann dachte es, dass eins drin war, und als es näher kam, war es sicher, dass eins drin war, denn es konnte hören, wie in der Grube ganz heftig gehefferlumped wurde. Oh wei, oh wei, oh wei, sagte sich Ferkel. Und es wollte wegrennen, aber irgendwie, nachdem es jetzt dem Ziel so nahe war, fand es, dass es nun auch mal nachsehen musste, wie ein Hefferlump aussah. Also kroch es an den Rand der Falle und schaute hinein. Und die ganze Zeit hatte Winnie der Puh versucht, den Honigtopf von seinem Kopf zu entfernen. Je mehr er daran rüttelte, desto fester saß er. So ein Mist, sagte er im Topf, und Hilfe, und meistens Aua. Und er versuchte ihn, gegen Sachen zu schmettern, aber da er nichts sehen konnte, wogegen er ihn schmetterte, half ihm das nichts. Und er versuchte, aus der Falle zu klettern, aber da er nichts außer Topf sehen konnte und auch davon nicht viel, fand er nicht die richtige Richtung. Deshalb hob er zum Schluss den Kopf mit Topf und allem drum und dran und stieß einen lauten Ton der Trauer und Verzweiflung aus. Und genau in diesem Moment guckte Ferkel in die Grube. Hilfe, Hilfe, schrie Ferkel, ein Hefferlump, ein unheimliches Hefferlump. Und er hoppelte davon. So schnell er konnte und schrie immer noch, Hilfe, Hilfe, ein unheffliches Heimerlump. Heim, Heim, ein heffundliches Hefferlump. Heff, Heff, ein lumphässliches Limpferhump. Und es hörte nicht auf zu schreien und zu hoppeln, bis es Christopher Robbins Wohnung erreicht hatte. Was ist denn bloß los, Ferkel, sagte Christopher Robin, der gerade aufstand. Heff, sagte Ferkel und atmete so schwer, dass es kaum sprechen konnte. Ein Heff, ein Heff, ein Hefferlump. Wo? Da hinten, sagte Ferkel und wedelte mit der Pfote. Wie hat es ausgesehen? Wie, wie, es hatte den größten Kopf, den du je gesehen hast, Christopher Robin. Ein riesengroßes Ding, wie, wie, wie nichts. Ein wahnsinnsgroßes, tja, wie ein, ich weiß nicht, wie ein wahnsinnsriesengroßes, gar nichts, wie ein Topf. Dann, sagte Christopher Robin und zog sich die Schuhe an, werde ich mal hingehen und es mir angucken. Komm mit. Ferkel hatte keine Angst, wenn Christopher Robin dabei war, und die beiden gingen los. Ich kann es schon hören. Kannst du es auch schon hören? sagte Ferkel besorgt, als sie näher kamen. Irgendwas kann ich hören, sagte Christopher Robin. Es war Poo, der seinen Kopf gegen eine Baumwurzel schmetterte, die er gefunden hatte. Da, sagte Ferkel, ist es nicht grässlich? Und es klammerte sich ganz fest an Christopher Robbins Hand. Plötzlich fing Christopher Robin an zu lachen. Und er lachte und lachte und lachte. Und während er immer noch lachte, knallte, peng, der Kopf des Hefferlumpfs gegen die Baumwurzel, klirr machte der Topf, und Poo's Kopf kam wieder zum Vorschein. Dann sah Ferkel, was für ein törichtes Ferkel es gewesen war. Und es schämte sich so sehr, dass es auf dem kürzesten Weg nach Hause lief und sich mit Kopfschmerzen ins Bett legte. Aber Christopher Robin und Poo gingen nach Hause, um miteinander zu frühstücken. Ach, Bär, sagte Christopher Robin, wie sehr ich dich liebe! Ich dich auch, sagte Poo. Sechstes Kapitel In welchem I.A. Geburtstag hat und zwei Geschenke bekommt. I.A., der alte Grauesel, stand am Bach und betrachtete sich im Wasser. Ein Bild des Jammers, sagte er. Genau, ein Bild des Jammers. Er drehte sich um und ging langsam zwanzig Meter am Bach entlang, durchquerte ihn platschend und ging langsam auf der anderen Seite wieder zurück. Dann betrachtete er sich wieder im Wasser. Wie ich mir gedacht hatte, sagte er. Von dieser Seite auch nicht besser. Aber das stört niemanden. Es macht keinem was aus. Ein Bild des Jammers, aber genau. Es raschelte im Fern hinter ihm und herauskam Poo. Guten Morgen, I.A., sagte Poo. Guten Morgen, Poo-Bär, sagte I.A. düster. Falls es ein guter Morgen ist, sagte er. Was ich bezweifle, sagte er. Warum, was ist denn los? Nichts, Poo-Bär, nichts. Nicht jeder kann es und mancher lässt es ganz. Das ist der ganze Witz. Nicht jeder kann was, sagte Poo und rieb sich die Nase. Frohsinn, Gesang und Tanz, Ringel, Ringel, Rosen, darf ich bitten, mein Fräulein? Aha, sagte Poo. Er dachte lange nach und fragte dann. Was sind Ringel, Rosen? Bon-o-mi, fuhr I.A. düster fort. Französisches Wort bedeutet so viel wie Bon-o-mi, erläuterte er. Ich beklage mich ja gar nicht, aber so ist es nun mal. Poo setzte sich auf einen großen Stein und versuchte, das Gehörte zu überdenken. Es kam ihm wie ein Rätsel vor und bei Rätseln war er nie besonders gut gewesen, da er ein Bär von sehr geringem Verstand war. Deshalb sang er stattdessen Fragen, Fragen, immer nur Fragen. Fragen, Fragen, immer nur Fragen. Es kann der Käfer den Specht nicht ertragen. Gib mir ein Rätsel auf, ich werde sagen, da musst du jemand anders fragen. Das war die erste Strophe. Als er damit fertig war, sagte I.A. nicht, dass sie ihm nicht gefallen hatte. Deshalb sang Poo ihm freundlicherweise die zweite Strophe vor. Fragen, Fragen, immer nur Fragen. Ein Fisch kann nicht pfeifen und ich kann nicht klagen. Gib mir ein Rätsel auf, ich werde sagen, da musst du jemand anders fragen. I.A. sagte immer noch nichts. Deshalb summte sich Poo die dritte Strophe leise selber vor. Fragen, Fragen, immer nur Fragen. Unsichtbar wird der Honig im Magen. Gib mir ein Rätsel auf, ich werde sagen, da musst du jemand anders fragen. So ist's recht, sagte I.A. Sing nur, Tiedeldumm und Tiedeldei. Nur einmal blüht im Jahr der Mai, amüsier dich schön. Das tue ich auch, sagte Poo. Manche können das, sagte I.A. Aber was ist denn bloß los? Ist irgendwas los? Du kommst mir so traurig vor, I.A. Traurig, warum sollte ich traurig sein? Ich habe Geburtstag, der glücklichste Tag des Jahres. Du hast Geburtstag? sagte Poo bass erstaunt. Natürlich. Sieht man das nicht? Guck dir doch mal meine vielen Geschenke an. Er winkte mit einem Fuß von hier nach da. Guck dir meinen Geburtstagskuchen an. Kerzen und rosa Zucker. Poo guckte. Erst nach rechts und dann nach links. Geschenke? sagte Poo. Geburtstagskuchen? sagte Poo. Wo? Kannst du sie nicht sehen? Nein, sagte Poo. Ich auch nicht, sagte I.A. Kleiner Scherz, erläuterte er. Ha, ha. Poo kratzte sich am Kopf, denn all dies verwirrte ihn etwas. Aber hast du wirklich Geburtstag? fragte er. Ja. Oh. Dann herzliche Glückwünsche zum Geburtstag, I.A. Dir ebenfalls, Poo Bär. Aber ich habe doch gar nicht Geburtstag. Nein, aber ich. Du hast eben gesagt, dir eben... Warum auch nicht? Man möchte sich ja nicht immer nur an meinem Geburtstag elend fühlen, stimmt's? Ah, verstehe, sagte Poo. Es ist schon schlimm genug, sagte I.A. und brach fast zusammen. Wenn ich mich elend fühle, mit keinen Geschenken und keinen Kuchen und keinen Kerzen und keiner nimmt richtig Notiz von mir. Aber wenn sich alle anderen auch elend fühlen... Dies war zu viel für Poo. Bleib, wo du bist, rief er I.A. zu, als er kehrtmachte und so schnell wie möglich nach Hause eilte, denn er spürte, dass er dem armen I.A. sofort irgend ein Geschenk besorgen musste. Und danach konnte er sich immer noch ein angemessenes Geschenk überlegen. Vor seinem Haus fand er Ferkel, welches auf und absprang und versuchte, den Türklopfer zu erreichen. Hallo, Ferkel, sagte Poo. Hallo, Poo, sagte Ferkel. Was versuchst du denn da? Ich hatte versucht, den Türklopfer zu erreichen, sagte Ferkel. Ich kam gerade vorbei und... Lass mich mal, sagte Poo liebenswürdig. Er griff nach oben und klopfte an die Tür. Ich habe gerade I.A. gesehen, begann er. Und der arme I.A. ist in einem sehr traurigen Zustand, weil er heute Geburtstag hat und niemand davon Notiz genommen und er ist sehr düster und du weißt ja, wie I.A. ist. Und da stand er nun und... Erstaunlich, wie lange wer auch immer hier wohnt, braucht, um an die Tür zu kommen. Und er klopfte noch einmal. Aber Poo, sagte Ferkel, das ist doch dein Haus. Oh, sagte Poo, mein Haus, sagte er, dann wollen wir doch mal eintreten. Also traten sie ein. Als erstes ging Poo an den Schrank, um zu sehen, ob er noch einen ganz kleinen Topf Honig übrig hatte. Er hatte noch einen und er nahm ihn aus dem Schrank. Dies werde ich I.A. schenken, erklärte er, als Geschenk. Was wirst du ihm schenken? Könnte ich es nicht mitschenken? sagte Ferkel. Von uns beiden? Nein, sagte Poo. Das wäre kein guter Plan. Na gut, dann schenke ich ihm einen Ballon. Ich habe noch einen von meiner Party übrig. Ich gehe jetzt los und hole ihn, ja? Das, Ferkel, ist eine sehr gute Idee. Das ist genau das, was sich I.A. zur Aufheiterung wünscht. Niemand kann mit einem Ballon unaufgeheitert bleiben. Also trabte Ferkel davon. Poo ging in eine andere Richtung mit seinem Honigtopf. Es war ein warmer Tag und er hatte einen weiten Weg. Er hatte noch nicht mehr als die Hälfte des Weges zurückgelegt, als ein seltsames Gefühl überall an ihm herumzukriechen begann. Es fing an seiner Nasenspitze an, tröpfelte von oben bis unten durch ihn hindurch und durch die Fußsohlen wieder hinaus. Es war haargenau so, als würde jemand in seinem Inneren sagen, so, Poo, Zeit für eine Kleinigkeit. Oha, sagte Poo. Ich wusste gar nicht, dass es schon so spät ist. Also setzte er sich hin und nahm den Deckel vom Honigtopf. Nur gut, dass ich dies mitgenommen habe, dachte er. Viele Bären, die an einem so warmen Tag wie heute ausgehen, hätten nie daran gedacht, sich eine Kleinigkeit mitzunehmen. Und er begann zu essen. Nun wollen wir mal sehen, dachte er, als er den Topf ein letztes Mal ausschleckte. Wohin wollte ich? Ach ja, zu I.A. Er erhob sich langsam. Und dann, plötzlich, fiel es ihm ein. Er hatte I.A.'s Geburtstagsgeschenk aufgegessen. So ein Mist, sagte Poo. Was soll ich nur machen? Ich muss ihm irgendetwas schenken. Zunächst konnte er an gar nichts Passendes denken. Dann dachte er, immerhin ist es ein sehr hübscher Topf, auch wenn kein Honig drin ist und wenn ich ihn sauber auswäsche. Und es schreibt mir jemand herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag drauf, könnte I.A. Sachen drin aufbewahren. Und das könnte dann nützlich sein. Als er also gerade am 160-Morgenwald vorbeikam, bog er ab und ging in den Wald, um Eule zu besuchen, die dort wohnte. Guten Morgen, Eule, sagte er. Guten Morgen, Poo, sagte Eule. Herzlichen Glückwunsch zu I.A.'s Geburtstag, sagte Poo. Ah, heute ist I.A.'s Geburtstag. »Was schenkst du ihm, Eule?« »Was schenkst du ihm, Poo?« »Ich schenke ihm einen nützlichen Topf, in dem er Sachen aufbewahren kann, und ich wollte dich fragen, ob...« »Ist er das?«, sagte Eule und nahm ihn Poo aus der Pfote. »Ja, und ich wollte dich fragen, ob...« »Es hat jemand Honig drin aufbewahrt?«, sagte Eule. »Man kann alles drin aufbewahren,« sagte Poo ernst. »Er ist nämlich sehr nützlich, und ich wollte dich fragen, ob...« »Du solltest herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag draufschreiben.« »Darum wollte ich dich bitten,« sagte Poo. »Meine Rechtschreibung ist nämlich etwas wackelig. Sie ist eine gute Rechtschreibung, aber sie wackelt, und die Buchstaben geraten an den falschen Ort. »Könntest du für mich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag draufschreiben?« »Es ist ein hübscher Topf,« sagte Eule und betrachtete ihn von allen Seiten. »Könnte ich ihn nicht mitschenken von uns beiden?« »Nein,« sagte Poo, »das wäre kein guter Plan. Jetzt werde ich ihn zuerst auswaschen, und dann kannst du draufschreiben.« Er wusch also den Topf aus und trocknete ihn ab, während Eule an ihrem Bleistift leckte und sich fragte, wie man Geburtstag schreibt. »Kannst du lesen, Poo?« fragte sie ein wenig besorgt. »Ich habe draußen zwei Zettel, die sich mit Klopfen und Klingeln befassen. Christopher Robin hat sie geschrieben. Könntest du sie lesen?« »Christopher Robin hat mir gesagt, was draufsteht, und dann konnte ich sie lesen.« »Gut, ich werde dir sagen, was hier draufsteht, und dann kannst du es auch lesen.« Also schrieb Eule, und hier steht, was sie geschrieben hat. »Hirtz, lertz, nuck, mnisch, utzem, bubu, bugebu, burzkat.« Poo sah bewundernd zu. »Ich schreibe nur gerade herzlichen Glückwunsch,« sagte Eule leichthin. »Das ist aber schön lang,« sagte Poo, der davon sehr beeindruckt war. »Na ja, in Wirklichkeit schreibe ich die allerherzlichsten Glück- und Segenswünsche zum Geburtstag. In Liebe, dein Poo, um so etwas Langes zu schreiben, braucht man naturgemäß viel Bleistift.« »Aha, verstehe,« sagte Poo. Während all dies geschah, war Ferkel nach Hause gegangen, um I.A.'s Ballon zu holen. Es drückte ihn ganz fest an sich, damit er nicht davon geweht wurde, und es lief, so schnell es konnte, damit es vor Poo bei I.A. war. Es dachte sich nämlich, dass es gern der Erste wäre, der ein Geschenk überreichte, als hätte es ganz von allein dran gedacht. Und wie es so rannte und daran dachte, wie sehr sich I.A. freuen würde, achtete es nicht auf den Weg, und plötzlich blieb es mit einem Fuß in einem Kaninchenloch stecken und fiel flach aufs Gesicht. Peng! So lag Ferkel da und fragte sich, was passiert war. Erst dachte es, die ganze Welt sei in die Luft geflogen, dann dachte es, dass vielleicht nur der Teil mit dem Wald in die Luft geflogen war, und dann dachte es, dass vielleicht nur es selbst in die Luft geflogen war, und nun war es ganz allein, auf dem Mond oder sonst wo, und würde Christopher Robin oder Poo oder I.A. nie wiedersehen. Und dann dachte es, selbst auf dem Mond braucht man nicht die ganze Zeit mit dem Gesicht auf dem Boden zu liegen. Weshalb es vorsichtig aufstand und sich umsah. Es war immer noch im Wald. Das ist aber komisch, dachte es. Ich frage mich, was das für ein Knall war. Ich kann doch durch Hinfallen nicht so einen Krach gemacht haben. Und wo ist mein Ballon? Und was soll dieser kleine feuchte Fetzen? Es war der Ballon. Oh weh, sagte Ferkel. Oh weh, oh wei, oh weh und ach. Ach, aber jetzt ist es zu spät. Ich kann nicht mehr zurück. Und ich habe keinen Ballon mehr. Und vielleicht mag I.A. Ballons gar nicht so sehr. So trabte es weiter, nunmehr ziemlich traurig, und es kam zum Bach hinunter, wo I.A. war. Guten Morgen, I.A. rief Ferkel. Guten Morgen, kleines Ferkel, sagte I.A. Falls es ein guter Morgen ist, sagte er, was ich bezweifle, sagte er. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, sagte Ferkel, welches nun näher gekommen war. I.A. hörte damit auf, sich im Bach zu betrachten und machte eine Drehung, um Ferkel anzustarren. Sag das noch mal, sagte er. Herzlichen Glückwunsch. Einen Augenblick, bitte. I.A. versuchte auf drei Beinen das Gleichgewicht zu halten und begann das vierte Bein sehr vorsichtig bis an sein Ohr zu heben. Gestern ging es noch, erklärte er, als er zum dritten Mal hinfiel. Es ist ganz leicht, damit ich besser hören kann. Da, jetzt hat's geklappt. Also, was sagtest du gerade? Er drückte sein Ohr mit dem Huf nach vorn. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, sagte Ferkel noch einmal. Meinst du mich? Natürlich, I.A. Und meinen Geburtstag? Ja. Ich soll einen echten Geburtstag haben? Ja, I.A. und ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. I.A. nahm den rechten Huf von seinem rechten Ohr, drehte sich um und hob unter großen Schwierigkeiten den linken Huf. Das brauche ich auch noch mal ins andere Ohr, sagte er. Also bitte. Ein Geschenk, sagte Ferkel sehr laut. Und du meinst wieder mich? Ja. Immer noch meinen Geburtstag? Natürlich, I.A. Und ich habe immer noch einen echten Geburtstag. Ja, I.A. Und ich habe dir einen Ballon mitgebracht. Ballon, sagte I.A. Hast du Ballon gesagt? Einer dieser großen, bunten Dinger, die man aufbläst. Frohsinn, Gesang und Tanz, Ringel, Ringel, Rosenwechselschritt. Ja, aber ich fürchte, es tut mir sehr leid, I.A. Aber als ich hierher gerannt bin, um ihn dir zu schenken, bin ich hingefallen. Na, so ein Pech. Du bist zu schnell gelaufen, nehme ich an. Du hast dir doch nicht wehgetan, kleines Ferkel. Nein, aber ich, 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 ach, I.A., ich habe den Ballon kaputt gemacht. Lange war es ganz still. Meinen Ballon, sagte I.A. schließlich. Ferkel nickte. Meinen Geburtstagsballon? Ja, I.A., sagte Ferkel und schniefte leicht. Hier ist er. Mit, mit einem herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und es gab I.A. den kleinen, feuchten Fetzen. Ist er das? sagte I.A. ein wenig überrascht. Ferkel nickte. Mein Geschenk? Wieder nickte Ferkel. Der Ballon? Ja. Danke, Ferkel, sagte I.A. Es macht dir doch nichts aus, wenn ich dich etwas frage, fuhr er fort. Aber welche Farbe hatte dieser Ballon, als er, als er ein Ballon war? Rot. Ich wollte es nur wissen. Er war so groß wie Ferkel, sagte er traurig vor sich hin. Meine Lieblingsgröße. Nun ja. Ferkel fühlte sich sehr elend und wusste nicht, was es sagen sollte. Es hatte immer noch den Mund offen, um einen Satz zu sagen, und dann beschloss es, dass dieser Satz nicht passte. Und dann hörte es von der anderen Seite des Baches einen Ruf. Und dort war Puh. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, rief Puh und vergaß dabei, dass er das bereits gesagt hatte. Danke, Puh. Die Feier ist in vollem Gange, sagte I.A. düster. Ich habe dir ein kleines Geschenk mitgebracht, sagte Puh aufgeregt. Ich habe schon eins, sagte I.A. Puh war nun platschend durch den Bach zu I.A. gekommen, und Ferkel saß ein wenig abseits, den Kopf in den Pfoten, leise vor sich hinschniefend. Es ist ein nützlicher Topf, sagte Puh. Hier ist er, und es steht die allerherzlichsten Glück- und Segenswünsche zum Geburtstag. In Liebe dein Puh draufgeschrieben, das bedeutet nämlich das ganze Geschriebene. Und man kann Sachen hineintun, da. Als I.A. den Topf sah, wurde er ganz aufgeregt. Na nun, sagte er, ich glaube, mein Ballon passt genau in diesen Topf. Aber nein, I.A., sagte Puh, Ballons sind viel zu groß, um in Töpfe zu passen. Mit Ballons macht man andere Sachen, man hält sie an einer Schnur, meinen nicht. Sagte I.A. stolz. Guck mal, Ferkel. Und als sich Ferkel traurig umsah, hob I.A. den Ballon mit den Zähnen auf und legte ihn vorsichtig in den Topf. Dann holte er ihn wieder heraus und legte ihn wieder auf die Erde. Dann hob er ihn wieder auf und legte ihn vorsichtig zurück in den Topf. Es klappt ja, sagte Puh. Er passt hinein. Es klappt ja, sagte Ferkel. Und er geht auch wieder raus. Etwa nicht, sagte I.A. Er geht rein und raus, wie sonst was. Ich bin sehr froh darüber, sagte Puh glücklich, dass ich daran gedacht habe, dir einen nützlichen Topf zu schenken, in dem man Sachen tun kann. Ich bin sehr froh darüber, sagte Ferkel glücklich, dass ich daran gedacht habe, dir etwas zu schenken, was man in einen nützlichen Topf tun kann. Aber I.A. hörte gar nicht hin. Er holte den Ballon heraus und steckte ihn wieder zurück und er war so glücklich, wie man nur sein kann. Und habe ich ihm nichts geschenkt? fragte Christopher Robin. Natürlich hast du ihm etwas geschenkt, sagte ich. Du hast ihm, äh, weißt du nicht mehr. Du hast ihm einen kleinen, ähm, einen kleinen... Ich habe ihm einen Malkasten geschenkt, damit er Sachen malen kann. Genau. Warum habe ich ihm den nicht schon morgens geschenkt? Du hattest so viel mit den Vorbereitungen für seine Party zu tun. Er bekam eine Torte mit Zuckerguss und drei Kerzen und auf der Torte stand sein Name in Rosa und... Ja, jetzt weiß ich es wieder, sagte Christopher Robin. Siebentes Kapitel In welchem Kenga und Kleinruh in den Wald kommen und Ferkel ein Bad nimmt. Niemand schien zu wissen, woher sie kamen. Aber da waren sie nun, im Wald. Kenga und Kleinruh. Als Poo Christopher Robin fragte Wie sind sie hierher gekommen? sagte Christopher Robin Auf die übliche Weise, wenn du weißt, was ich meine, Poo. Und Poo, der nicht wusste, was Christopher Robin meinte, sagte Aha. Dann nickte er zweimal mit dem Kopf und sagte Auf die übliche Weise, so, so. Dann ging er, um seinen Freund Ferkel zu besuchen und zu erfahren, was er davon hielt. Und bei Ferkel fand er Kaninchen. So sprachen sie gemeinsam darüber. Was mir daran nicht gefällt, ist folgendes, sagte Kaninchen. Hier sind wir. Du, Poo und du, Ferkel und ich und plötzlich und Ia, sagte Poo. Und Ia und plötzlich und Eule, sagte Poo. Und Eule und dann ganz plötzlich, ach und Ia, sagte Poo. Ihn hatte ich vergessen. Hier sind wir, sagte Kaninchen sehr langsam und betont. Wir alle. Und dann plötzlich wachen wir eines Morgens auf und was finden wir? Wir finden ein fremdes Tier unter uns. Ein Tier, von dem wir nie auch nur gehört haben. Ein Tier, das seine Familie in der Tasche mit sich herumschleppt. Angenommen, ich schleppe meine Familie in meiner Tasche mit mir herum. Wie viele Taschen ich da wohl brauchte? Siebzehn, sagte Ferkel. Siebzehn, stimmt's, sagte Kaninchen. Und noch eine für ein Taschentuch. Das macht achtzehn. Ich bitte euch. Es trat eine lange, nachdenkliche Pause ein. Und dann, sagte Poo, der seit mehreren Minuten die Stirn heftig gerunzelt hatte, bei mir sind es fünfzehn. Was, sagte Kaninchen. Fünfzehn. Fünfzehn, Watz. Deine Familie. Was ist mit meiner Familie? Poo rieb sich die Nase und sagte, er habe geglaubt, Kaninchen habe über seine Familie gesprochen. Tatsächlich, sagte Kaninchen zerstreut. Ja, du hast gesagt. Das ist doch ganz egal, Poo, sagte Ferkel ungeduldig. Die Frage ist, was sollen die mit Kenga machen? Ah, verstehe, sagte Poo. Das Beste, sagte Kaninchen, wäre dies. Das Beste wäre, Kleinruhe zu stehlen und es zu verstecken. Und wenn dein Kenga sagt, wo ist Kleinruhe, sagen wir, aha. Aha, sagte Poo zur Übung. Aha, aha. Wir könnten natürlich, fuhr er fort, auch aha, sagen, wenn wir Kleinruhe nicht gestohlen hätten. Poo, sagte Kaninchen freundlich. Du hast nicht den geringsten Verstand. Ich weiß, sagte Poo demütig. Wir sagen, aha, damit Kenga weiß, dass wir wissen, wo Kleinruhe ist. Aha bedeutet, wir werden dir sagen, wo Kleinruhe ist, wenn du uns versprichst, dass du aus dem Wald verschwindest und nie wiederkommst. Jetzt redet nicht, während ich denke. Poo ging in eine Ecke und versuchte mit dieser speziellen Stimme, aha, zu sagen. Manchmal kam es ihm so vor, als bedeute es das, was Kaninchen gesagt hatte. Und manchmal kam es ihm nicht so vor. Ich glaube, es liegt nur an der Übung, dachte er. Ich frage mich, ob Kenga auch üben muss, um es zu verstehen. Nur eine Frage, sagte Ferkel und zappelte ein bisschen. Ich habe mit Christopher Robin gesprochen und er sagte, dass ein Kenga im Allgemeinen als eins der wilderen Tiere angesehen wird. Ich habe zwar vor ganz normal wilden Tieren keine Angst, aber es ist wohl bekannt, dass eins der wilderen Tiere, wenn man es eines seiner Jungen beraubt, so wild wird wie zwei der wilderen Tiere. In welchem Fall es vielleicht dumm wäre, aha, zu sagen. Ferkel, sagte Kaninchen, zog einen Bleistift davor und leckte ihn an. Du hast nicht den geringsten Mumm. Es ist schwer, tapfer zu sein, sagte Ferkel und schniefte leise, wenn man nur ein sehr kleines Tier ist. Kaninchen, das eifrig zu schreiben begonnen hatte, blickte auf und sagte, weil du ein sehr kleines Tier bist, wirst du in dem vor uns liegenden Abenteuer nützlich sein. Ferkel war bei dem Gedanken daran nützlich zu sein, so aufgeregt, dass es vergaß, weiter Angst zu haben. Und als Kaninchen weitersprach und sagte, Kengas seien nur während der Wintermonate wild, sonst aber von zärtlicher Veranlagung, konnte es kaum noch still sitzen, so sehr brannte es darauf, sofort nützlich zu sein. Was ist mit mir, sagte Puh traurig, ich werde wohl nicht nützlich sein? Macht nichts, Puh, tröstete ihn Ferkel, vielleicht ein andermal. Ohne Puh, sagte Kaninchen, während es seinen Bleistift anspitzte, wäre das Abenteuer unmöglich. Ach, sagte Ferkel und versuchte, nicht enttäuscht auszusehen. Aber Puh ging in eine Ecke des Zimmers und sagte stolz bei sich, unmöglich, ohne mich, diese Sorte Bär. Jetzt hört mir mal alle zu, sagte Kaninchen, als es fertig geschrieben hatte, und Puh und Ferkel hörten sehr aufmerksam mit offenem Mund zu. Dies ist der Text, den Kaninchen vorlas. Plan zur Entführung von Kleinruh. Erstens, allgemeine Bemerkungen. Kengar läuft schneller als wir alle, sogar schneller als ich. Zweitens, weitere allgemeine Bemerkungen. Kengar lässt Kleinruh nie aus den Augen, außer wenn es sicher in ihrer Tasche eingeknöpft ist. Drittens, deshalb, wenn wir Kleinruh entführen wollen, brauchen wir Vorsprung, weil Kengar schneller läuft als wir alle, sogar schneller als ich, siehe eins. Viertens, ein Gedanke. Wenn Ruh aus Kengars Tasche heraus und Ferkel hineingesprungen wäre, würde Kengar den Unterschied nicht bemerken, da Ferkel ein sehr kleines Tier ist. Fünftens, wie Ruh. Sechstens, aber zuerst müsste Kengar woanders hingucken, damit sie nicht sieht, wie Ferkel hineinspringt. Siebtens, siehe zweitens. Achtens, ein weiterer Gedanke. Aber, wenn Puh sehr aufgeregt mit ihr spreche, könnte sie vielleicht einen Moment lang woanders hingucken. Neuntens, und dann könnte ich mit Ruhe wegrennen. Zehntens, schnell. Elftens, Hund. Kengar würde den Unterschied nicht bemerken. Erst danach. Stolz las Kaninchen dies vor und nachdem es dies vorgelesen hatte, sagte längere Zeit niemand etwas. Und dann gelang es Ferkel, welches lautlos den Mund auf und zu gemacht hatte, zu sagen, Und danach? Was willst du damit sagen? Wenn Kengar den Unterschied bemerkt, dann sagen wir alle Aha. Wir alle drei? Ja. Oh. Was hast du denn noch für bedenken, Ferkel? Keine, sagte Ferkel. Solange wir alle drei es sagen. Solange wir alle drei es sagen, sagte Ferkel. Ist es mir recht? Sagte es. Aber es wäre mir gar nicht lieb, allein Aha zu sagen. Das würde sich längst nicht so gut anhören. Übrigens, sagte es. Du bist dir doch ganz sicher mit dem, was du über die Wintermonate gesagt hast. Hä? Die Wintermonate? Ja, dass sie nur in den Wintermonaten wild sind. Oh, ja, 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 damit hat es seine Richtigkeit. Nun, Puh, du siehst, was du zu tun hast? Nein, sagte Puhbär. Noch nicht, sagte er. Was tue ich denn? Du brauchst nur sehr heftig auf Kengar einzureden, damit sie nichts bemerkt. Ach, worüber denn? Worüber du willst? Du meinst, ich soll dir ein paar Verse aufsagen oder so? Genau, sagte Kaninchen. Großartig. Und jetzt kommt mit. Also gingen sie alle los, um Kengar zu suchen. Kengar und Ru verbrachten einen ruhigen Nachmittag an einer sandigen Stelle des Waldes. Klein Ru übte sehr kleine Sprünge im Sand und fiel in Mauselöcher und kletterte wieder heraus. Und Kengar rannte unruhig auf und ab und sagte, nur noch ein Sprung, Liebling, und dann müssen wir nach Hause. Und in diesem Augenblick kam kein anderer als Puh den Hügel heraufgestapft. Guten Tag, Kengar. Guten Tag, Puh. Guck mal, wie ich springe, quietschte Ru und fiel in ein weiteres Mauseloch. Hallo, Ru, mein Kleines. Wir wollten gerade nach Hause, sagte Kengar. Guten Tag, Kaninchen. Guten Tag, Ferkel. Kaninchen und Ferkel, die jetzt von der anderen Seite des Hügels heraufgekommen waren, sagten, Guten Tag und Hallo, Ru. Und Ru bat sie beim Springen zuzusehen, also blieben sie und sahen zu. Und Kengar sah ebenfalls zu. Ach, Kengar, sagte Puh, nachdem Kaninchen ihm zweimal zugezwinkert hatte. Ich weiß nicht, ob du dich überhaupt für Ferse interessierst. Nicht nennenswert, sagte Kengar. Ach, sagte Puh, Ru, mein Liebling, nur noch ein Sprung und dann müssen wir nach Hause. Es wurde kurz still, während Ru in ein weiteres Mauseloch fiel. Weiter, sagte Kaninchen laut flüsternd hinter der Pfote hervor. Da wir gerade über Ferse sprechen, sagte Puh, ich habe mir auf dem Weg hierher etwas Kleines einfallen lassen. Es ging so, äh, mal sehen. Wie schön, sagte Kengar. So, Ru, mein Liebling, diese Ferse werden dir gefallen, sagte Kaninchen. Du wirst sie lieben, sagte Ferkel. Du musst sehr aufmerksam zuhören, sagte Kaninchen. Damit du nichts verpasst, sagte Ferkel. Aber ja, sagte Kengar, aber sie sah immer noch Ru an. Wie, 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 wie ging es noch gleich, Puh, sagte Kaninchen. Puh räusperte sich und fing an. Zeilen von einem Bären mit sehr wenig Verstand geschrieben. Am Montag scheint die Sonne heiß. Ich stelle mir die Frage, weiß ich es, dass ich dieses weiß? Wie sieht sie aus, die Lage? Am Dienstag hagelt es und schneit. Ach, schaure Mensch und lies. Es herrscht die große Unklarheit. Ist dies das, jenes dies? Am Mittwoch, wenn der Himmel blaut, ich alles schleifen lass. Und frag mich leise, oft auch laut, was ist wer und wo ist was? Am Donnerstag das erste Eis, als reif auf Bäumen funkelt. Da weiß ich, dass ich dieses weiß. Wer, was, wie, bis es dunkelt. Am Freitag, ja, nicht wahr, sagte Kengar, die nicht darauf wartete, was am Freitag passierte. Nur noch ein Sprung, Ruh, Liebes, und dann müssen wir aber weg. Kaninchen versetzte Puh einen Wirtsbaldstups. Da wir gerade von Fersen sprechen, sagte Puh schnell, ähm, hast du jemals den Baum dort drüben bemerkt? Wo, sagte Kengar, komm jetzt, Ruh. Genau, da drüben, sagte Puh und zeigte hinter Kengars Rücken. Nein, sagte Kengar, jetzt spring rein, Ruh, mein Liebling, und dann geh mir nach Hause. Du solltest dir den Baum da drüben ansehen, sagte Kaninchen. Soll ich dich in den Beutel stecken, Ruh? Und es hob Ruh mit den Pfoten auf. Ich kann von hier aus einen Vogel auf dem Baum sehen, sagte Puh, oder ist es ein Fisch? Fisch. Du müsstest von hier aus einen Vogel sehen können, sagte Kaninchen, falls es kein Fisch ist. Es ist kein Fisch, es ist ein Forel, sagte Ferkel. Stimmt, sagte Kaninchen. Ist es ein Starr oder eine Amsel, sagte Puh. Das ist die große Frage, sagte Kaninchen. Ist es eine Amsel oder ein Starr? Und dann wandte Kengar endlich den Kopf, um nachzusehen. Und sobald sie den Kopf gewandt hatte, sagte Kaninchen mit lauter Stimme, Hinein mit dir, Ruh! Und Ferkel sprang in Kengars Tasche. Und Kaninchen hoppete mit Ruh in den Pfoten, so schnell es konnte, davon. Wo ist denn Kaninchen? sagte Kengar, die sich wieder umgedreht hatte. Wie geht es dir, Ruh, mein Liebling? Ferkel machte ganz tief in Kengars Beutel ein quiekendes Ruhgeräusch. Kaninchen musste fort, sagte Puh. Ich glaube, es hat an etwas gedacht, was es ganz plötzlich erledigen musste. Und Ferkel? Ich glaube, Ferkel hat zur selben Zeit an etwas gedacht, ganz plötzlich. Na, wir müssen jedenfalls nach Hause, sagte Kengar. Lebe wohl, Puh, und mit drei großen Sprüngen war sie weg. Puh, ihr nach. Ich wäre froh, wenn ich auch so springen könnte, dachte er. Manche können es und manche können es nicht, so ist das nun mal. Aber es gab Augenblicke, in denen Ferkel froh gewesen wäre, wenn Kengar es nicht gekonnt hätte. Oft, wenn es auf dem langen Heimweg durch den Wald gewesen war, hatte es sich gewünscht, ein Vogel zu sein. Aber jetzt dachte es ruckartig tief unten in Kengars Beutel, wenn dies fliegen ist, werde ich mich nie wirklich daran gewöhnen. Und wenn es in die Luft ging, dann sagte Ferkel, ui. Und wenn es wieder herunterkam, sagte Ferkel, au. Und auf dem ganzen Weg zu Kengars Wohnung sagte es, ui, au, ui, au, ui, au. Natürlich sah Kengar sofort, als sie ihren Beutel aufknöpfte, was geschehen war. Nur einen Augenblick lang dachte sie, sie hätte Angst, aber dann wusste sie, dass sie keine Angst hatte, denn sie war sicher, dass Christopher Robin nie zulassen würde, dass Ru etwas Böses geschehe. Also sagte sie sich, wenn die sich mit mir einen Scherz erlauben wollen, werde ich mir einen mit ihnen erlauben. Also ruhe, mein Liebes, sagte sie, als sie Ferkel aus dem Beutel holte, Zeit ins Bett zu gehen. Ah, ha, sagte Ferkel, so gut es nach der entsetzlichen Reise konnte. Aber es war kein sehr gutes Ah, ha. Und Kengar schien nicht zu verstehen, was es bedeutete. Zuerst baden, sagte Kengar mit munterer Stimme. Ah, ha, sagte Ferkel wieder und sah sich besorgt nach den anderen um. Aber die anderen waren nicht da. Kaninchen spielte bei sich zu Hause mit klein Ruhe und mochte das kleine Tier von Minute zu Minute lieber. Und Puh, der beschlossen hatte, ein Kengar zu sein, war immer noch bei der sandigen Stelle oben im Wald und übte Sprünge. Ich weiß gar nicht mal, sagte Kengar nachdenklich, ob es nicht eine gute Idee wäre, heute Abend ein kaltes Bad zu nehmen. Würde dir das gefallen, Ruhe, mein Liebling? Ferkel, welches Bäder noch nie sonderlich gemocht hatte, schauderte lange empört und sagte dann mit so tapferer Stimme wie möglich, Kengar, ich weiß, dass nun die Zeit für ein offenes Wort gekommen ist. Klein Ruhe, du bist komisch, sagte Kengar, als sie das Badewasser bereitete. Ich bin nicht Ruhe, sagte Ferkel laut. Ich bin Ferkel. Ja, mein Liebling, ja, sagte Kengar beruhigend. Und dann machst du auch noch Ferkels Stimme nach. So ein schlauer Liebling, fuhr sie fort, als sie ein großes Stück Kernseife aus dem Schrank nahm. Was fällt dir bloß noch alles ein? Kannst du nicht sehen, rief Ferkel. Hast du keine Augen? Sieh mich an! Ich sehe dich, ja, Ruhe, mein Liebling, sagte Kengar ziemlich ernst. Und du weißt, was ich dir gestern über Grimassen gesagt habe. Wenn du weiter ein Gesicht wie Ferkel machst, wirst du, wenn du groß bist, aussehen wie Ferkel. Und stell dir nur mal vor, wie leid dir das tun würde. Also marsch in die Wanne. Und jetzt möchte ich kein Wort mehr darüber verlieren müssen. Bevor es wusste, wie ihm geschah, war Ferkel in der Wanne und Kengar schrubbte es heftig mit einem großen Waschlappen voller Seifenschaum. Au! schrie Ferkel. Lass mich raus, ich bin Ferkel. Mach nicht den Mund auf Liebe, sonst kommt Seife rein, sagte Kengar. Da, was habe ich dir gesagt? Das, das, das hast du mit Absicht getan. Dann, prustete Ferkel, sobald es widersprechen konnte. Und dann bekam es zufällig, einen weiteren Mundvoll Waschlappen mit Seifenschaum zu kosten. So ist es recht, Liebes, sag nichts, sagte Kengar. Und im nächsten Augenblick wurde Ferkel aus der Wanne gehoben und mit einem Handtuch trocken gerubbelt. Jetzt, sagte Kengar, kommt noch deine Medizin und dann geht's ins Bett. Was für eine Medizin, sagte Ferkel. Damit du groß und stark wirst, Liebling. Du willst doch nicht so klein und schwach werden wie Ferkel. Stimmt's? Also los! In diesem Augenblick wurde an die Tür geklopft. Herein! sagte Kengar. Und Christopher Robin kam herein. Christopher Robin! Christopher Robin! Schrie Ferkel, sag Kengar, wer ich bin. Sie behauptet ständig, ich wäre Ruhe. Ich bin aber nicht Ruhe. Stimmt's? Christopher Robin sah Ferkel sehr sorgfältig an und schüttelte den Kopf. Du kannst nicht Ruhe sein, sagte er, weil ich Ruhe gerade in Kaninchens Wohnzimmer beim Spielen gesehen habe. So, so, sagte Kengar. Sonderbar, sehr sonderbar, dass mir ein solcher Fehler unterlaufen sein sollte. Siehst du, sagte Ferkel, ich hab's doch gesagt. Ich bin Ferkel. Christopher Robin schüttelte wieder den Kopf. Du bist aber nicht Ferkel, sagte er. Ich kenne Ferkel gut und es hat eine ganz andere Farbe. Ferkel wollte gerade sagen, das liege daran, dass es gerade gebadet habe. Und dann dachte es, dass es dies vielleicht doch nicht sagen wollte. Und als es den Mund aufmachte, um etwas anderes zu sagen, stopfte ihm Kengar den Löffel mit der Medizin hinein und klopfte ihn dann auf den Rücken und sagte, der Geschmack sei doch eigentlich recht angenehm, wenn man sich erstmal daran gewöhnt habe. Ich wusste doch, dass es nicht Ferkel sein kann. sagte Kengar. Ich frage mich, wer es sein kann. Vielleicht irgendein Verwandter von Pooh, sagte Christopher Robin. Vielleicht ein Neff oder Onkel oder sowas. Kengar gab ihm Recht und sagte, das sei es wahrscheinlich und sagte, sie müssten es mit irgendeinem Namen anreden. Ich werde es Putel nennen, sagte Christopher Robin. Das ist die Abkürzung von Heinz Putel. Und gerade als dies beschlossene Sache war, schlängerte sich Heinz Putel aus Kengars Armen und sprang auf den Fußboden. Zu seiner großen Freude hatte Christopher Robin die Tür aufengelassen. Nie war Heinz Putel Ferkel so schnell gerannt wie diesmal und es hörte nicht auf zu rennen, bis es ganz nah bei seiner Wohnung war. Aber als es nur noch 100 Meter entfernt war, hörte es auf zu rennen und rollte den Rest des Weges nach Hause, um seine eigene Farbe wiederzubekommen. Also blieben Kengar und Ru im Wald. Und jeden Dienstag verbrachte Ru mit seinem großen Freund Kaninchen. Und jeden Dienstag verbrachte Kengar mit ihrem großen Freund Pooh, in dem sie ihm Springen beibrachte. Und jeden Dienstag verbrachte Ferkel mit seinem großen Freund Christopher Robin. So waren sie alle wieder glücklich. Achtes Kapitel In welchem Christopher Robin eine Exposition zum Nordpol leitet. Eines schönen Tages war Pooh in den obersten Teil des Waldes gestappt, um zu sehen, ob sich Christopher Robin überhaupt noch für Bären interessierte. Zum Frühstück an jenem Morgen, nur eine einfache Mahlzeit aus Orangenmarmelade, dünn auf eine bis zwei Honigwaben gestrichen, war ihm plötzlich ein neues Lied eingefallen. Es fing so an. Singt, oh, der Bär soll leben. Als er so weit gekommen war, kratzte er sich am Kopf und dachte bei sich, das ist ein sehr guter Anfang für ein Lied, aber was ist mit der zweiten Zeile? Er versuchte zwei- bis dreimal ho zu singen, aber das schien ihm auch nicht zu helfen. Vielleicht wäre es besser, dachte er, wenn ich singt, hai, der Bär soll leben sänge. Also sang er es, aber es war nicht besser. Na gut, sagte er, ich werde diese erste Zeile zweimal singen, und vielleicht, wenn ich sie sehr schnell singe, werde ich bemerken, dass ich die dritte und vierte Zeile singe, ohne vorher Zeit zu haben, über sie nachzudenken, und das ist dann ein gutes Lied. Also jetzt. Singt, oh, der Bär soll leben. Singt, oh, der Bär soll leben. Es ist mir egal, ob Schnee oder Regen. Meine Nase riecht Honig auf allen Wegen. Es macht mir nichts aus, ob es schneit oder taut, denn ich habe mir die Pfoten mit Honig besaut. Singt, oh, der Bär soll leben. Singt, oh, leben soll puh. Er braucht einen kleinen Mund voll ab und zu. Er war so zufrieden mit diesem Lied, dass er es den ganzen Weg übersang, bis ganz oben im Wald. Und wenn ich es noch sehr viel länger singe, dachte er, wird es Zeit für den kleinen Mund voll, und dann stimmt die letzte Zeile nicht mehr, weil ich dann nicht ab und zu einen kleinen Mund voll brauche, sondern sofort. Deshalb wandelte er den Gesang in einen Gesumm um. Christopher Robin saß vor seiner Tür und zog sich gerade die großen Stiefel an. Sobald Poo die großen Stiefel sah, wußte er, dass ein Abenteuer passieren würde, und er strich sich mit dem Pfotenrücken den Honig von der Nase. Und er putzte sich so gut wie möglich heraus, um auszusehen, als wäre er zu allem bereit. Guten Morgen, Christopher Robin, rief er. Hallo, Poo-Bär. Ich komme nicht in diesen Stiefel. Das ist schlimm, sagte Poo. Meinst du, du könntest dich freundlicherweise gegen mich lehnen, weil ich immer wieder so stark ziehe, dass ich immer wieder umfalle? Poo setzte sich, grub seine Füße in den Boden und drückte heftig gegen Christopher Robbins Rücken. Und Christopher Robin drückte heftig gegen Poo's Rücken. Und er zog und zog an seinem Stiefel, bis er ihn angezogen hatte. Das war das, sagte Poo. Was tun wir als nächstes? Wir gehen auf eine Expedition, sagte Christopher Robin, als er aufstand und sich abbürstete. Danke, Poo. Auf eine Expedition, sagte Poo eifrig. Ich glaube, auf sowas war ich noch nie. Wohin müssen wir, um auf diese Expedition zu kommen? Expedition, dummer alter Bär. Da ist ein X drin. Ach, sagte Poo. Ich weiß. Aber das stimmte eigentlich nicht. Wir werden den Nordpol entdecken, Ach, sagte Poo wieder. Was ist der Nordpol? fragte er. Das ist eben etwas, was man entdeckt, sagte Christopher Robin leicht hin, denn genau wusste er es auch nicht. Ach, verstehe, sagte Poo. Sind Bären gut im Entdecken? Natürlich sind sie das und Kaninchen und Känga und ihr alle ebenfalls. Es ist eine Expedition. Das bedeutet Expedition. Alle und zwar in einer langen Reihe. Sag schnell den anderen Bescheid, dass sie sich fertig machen, während ich mein Gewehr überprüfe. Und wir müssen alle Proviant mitbringen. Was mitbringen? Sachen zum Essen. Ach, sagte Poo froh. Ich dachte, du hättest Proviant gesagt. Ich gehe hin und sage Bescheid. Und er stapfte davon. Der erste, den er traf, war Kaninchen. Hallo Kaninchen, sagte er. Bist du das? Wir wollen mal so tun, als wäre ich es nicht, sagte Kaninchen und sehen, was passiert. Ich habe eine Nachricht für dich. Ich werde sie weitergeben. Wir gehen alle zusammen mit Christopher Robin auf eine Expedition. Was ist es, wenn wir drauf sind? Eine Art Boot, glaube ich, sagte Poo. Ach, die Art? Ja, und wir werden einen Pol oder sowas ähnliches entdecken. Oder war es eine Mole? Auf jeden Fall werden wir es entdecken. Entdecken sollen wir das Ding? sagte Kaninchen. Ja, und wir sollen Pro Sachen zum Essen mitbringen, falls wir sie essen wollen. Jetzt gehe ich weiter zu Ferkel und du sagst es Kenga weiter, ja? Er verließ Kaninchen und ging eilig weiter zu Ferkel. Das Ferkel saß vor seiner Haustür auf der Erde, blies fröhlich in eine Pusteblume und fragte sich, ob es wohl in diesem Jahr sein würde, im nächsten Jahr, irgendwann oder nie. Es hatte gerade entdeckt, dass es nie sein würde und versuchte sich zu erinnern, was es war und hoffte, dass es nichts Schönes war, als Poo erschien. Ach, Ferkel, sagte Poo aufgeregt. Wir gehen auf eine Expedition, wir alle, mit Sachen zum Essen, um etwas zu entdecken. Um was zu entdecken? fragte Ferkel besorgt. Ach, irgendwas. Nichts Wildes? Von Wild hat Christopher Robin nichts gesagt. Er sagte nur, es hätte ein X. Ihre X-Beine machen mir nichts aus, sagte Ferkel ernst, sondern ihre Zähne. Aber wenn Christopher Robin mitkommt, macht mir nichts was aus. Nach kurzer Zeit waren alle oben im Wald versammelt und die Expedition fing an. Zuerst kamen Christopher Robin und Kaninchen, dann Ferkel und Poo, dann Kanga mit Ruhe in ihrem Beutel und Eule, dann I.A., dann zum Schluss Kaninchens, sämtliche Bekannten und Verwandten. Ich habe sie nicht dazu gebeten, erklärte Kaninchen leicht hin. Sie sind einfach so gekommen, das tun sie immer. Sie können am Schluss marschieren, hinter I.A. Ich kann nur sagen, sagte I.A., dass dies beunruhigend ist. Ich wollte gar nicht mitkommen auf diese Expo, was Poo gesagt hat. Ich bin nur gekommen, um gefällig zu sein. Aber jetzt bin ich da und wenn ich das Ende der Expo, wovon wir gerade reden, sein soll, dann lasst mich auch das Ende sein. Aber wenn ich jedes Mal, wenn ich mich für eine kurze Verschnaufpause hinsetzen möchte, zuerst ein halbes Dutzend von Kaninchens, kleineren Bekannten und Verwandten abbürsten muss, dann ist das in meinen Augen keine Expo, also das, was es ist, mehr, sondern ganz einfach heillose Verwirrung noch dazu mit Lärm verbunden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich verstehe, was I.A. meint, sagte Eule. Wenn ihr mich fragt, ich frage niemanden nach seiner Meinung, sagte I.A. Ich sage lediglich jedem meine Meinung. Wir können den Nordpol suchen oder wir können Ringel-Ringel-Rosen auf einem Ameisenhaufen tanzen. Ist mir eins so lieb wie das andere. Von ganz vorne ertönte ein Ruf. Wird's bald, rief Christopher Robin. Wird's bald, wird's bald, riefen Puh und Ferkel. Wird's bald, rief Eule. Wir starten, sagte Kaninchen. Ich muss los. Und es hoppelte eilig an die Spitze der Exposition zu Christopher Robin. Na schön, sagte I.A. Es geht los. Aber macht mir nachher keine Vorwürfe. Also gingen sie alle los, um den Pol zu entdecken. Und wie sie so gingen, schwatzten sie miteinander über dies und das, alle außer Puh, der gerade ein Lied dichtete. Dies ist die erste Strophe, sagte er zu Ferkel, als er damit fertig war. Die erste Strophe wovon? Von meinem Lied. Von welchem Lied? Von diesem. Von welchem? Wenn du zuhörst, Ferkel, wirst du es hören. Wer sagt denn, dass ich nicht zuhöre? Darauf wusste Puh keine Antwort, also fing er an zu singen. Sie zogen aus, den Pol zu entdecken, Eule und Ferkel und Kaninchen und alle. Einen Pol muss man suchen und nicht verstecken, sagen Eule, Ferkel, Kaninchen und alle. I.A., Christopher Robin und Puh, Kaninchen's Verwandte auch noch dazu. Gibt es den Pol oder ist er nur Schmuh? Hurra für Eule, Kaninchen und alle. Psst, sagte Christopher Robin und drehte sich zu Puh um. Wir kommen gerade an eine gefährliche Stelle. Psst, sagte Puh und drehte sich schnell zu Ferkel um. Psst, sagte Ferkel zu Kengar. Psst, sagte Kengar zu Eule. Während Ruh mehrmals sehr leise Psst zu sich selbst sagte. Psst, sagte Eule zu I.A. Psst, sagte I.A. mit einer schrecklichen Stimme zu Kaninchen, sämtlichen Bekannten und Verwandten und Psst, sagten sie der Reihe nach bis ganz hinten zueinander, bis es den allerletzten erreicht hatte. Und der letzte und kleinste Bekannte und Verwandte war so erschüttert davon, dass die gesamte Expedition Psst, zu ihm gesagt hatte, dass er sich mit dem Kopf nach unten in einer Spalte im Boden vergrub und zwei Tage dort blieb, bis die Gefahr vorüber war und dann in großer Eile nach Hause ging und mit seiner Tante ein stilles Leben führte und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er heute noch. Er hieß Alexander Sie waren an einen »Ist du etwa nicht, was ein Hinterhalt ist?« »Eule«, sagte Ferkel und sah sich ernst nach ihr um. »Puhs Geflüster war ein streng vertrauliches Geflüster und es bestand kein Grund. ein Hinterhalt,« sagte Eule, »ist eine Art Überraschung.« »Das ist ein Stechginsterwald auch manchmal,« sagte Puh. »Ein Hinterhalt, wie ich Puh gerade erklären wollte,« sagte Ferkel, »ist eine Art Überraschung.« »Wenn sich plötzlich Leute auf einen stürzen, das ist ein Hinterhalt,« sagte Eule. »Ein Hinterhalt ist es, Puh, wenn sich plötzlich Leute auf dich stürzen,« erklärte Ferkel. Puh, der jetzt wusste, was ein Hinterhalt war, sagte, ein Stechginsterbusch habe sich eines Tages ganz plötzlich auf ihn gestürzt, als er von einem Baum gefallen sei und er habe sechs Tage gebraucht, bis er alle Stacheln aus sich herausgezogen hatte. »Wir sprechen aber gar nicht über Stechginster,« sagte Eule etwas übellaunig. »Ich aber,« sagte Puh. Sie stiegen nun sehr vorsichtig bachaufwärts weiter, von Felsen zu Felsen, und nachdem sie ein kleines Stück Weges zurückgelegt hatten, kamen sie an eine Stelle, auf der die Uferstreifen zu beiden Seiten breiter wurden und etwas Gras gab es dort auch, sodass sie sich setzten und ausruhen konnten. Sobald sie diese Stelle sahen, rief Christopher Robin »Halt!« und alle setzten sich und verschnauften. »Ich glaube,« sagte Christopher Robin, »wir sollten jetzt unseren gesamten Probiant aufessen, damit wir nicht so viel zu tragen haben.« »Unseren gesamten was aufessen?« fragte Puh. »Alles, was wir mitgebracht haben,« sagte Ferkel und machte sich an die Arbeit. »Das ist eine gute Idee,« sagte Puh und machte sich ebenfalls an die Arbeit. »Habt ihr alle etwas?« fragte Christopher Robin mit vollem Mund. »Alle außer mir,« sagte I.A. »Wie üblich!« Er sah sich verbittert nach ihnen um. »Ich vermute, keiner von euch sitzt zufällig auf einer Distel.« »Ich glaube, ich,« sagte Puh. »Au!« Er stand auf und blickte hinter sich. »Ja, ich habe auf einer Distel gesessen, hatte ich's mir doch gedacht.« »Danke, Puh, wenn du sie nicht mehr brauchst.« Die A ging dorthin, wo Puh gesessen hatte und begann seine Mahlzeit. »Davon werden sie nämlich nicht besser, wenn man auf ihnen sitzt. «, fuhr er fort, als er kauend den Kopf hoch. »Das nimmt ihnen die ganze Frische. Denkt nächstes Mal daran, ihr alle, ein bisschen Rücksicht, auch mal ein bisschen an andere denken, und gleich sieht alles ganz anders aus.« Sobald er mit seinem Mittagessen fertig war, flüsterte Christopher Robin Kaninchen etwas zu, und Kaninchen sagte, »Ja, ja, natürlich!« und die beiden gingen zusammen ein kleines Stück den Bach hinauf. »Ich wollte nicht, dass die anderen es hören,« sagte Christopher Robin. »Völlig klar,« sagte Kaninchen und sah wichtig aus. »Es ist nur, ich habe mich gefragt, es geht nur darum, dass, Kaninchen, ich glaube, du weißt es auch nicht, wie sieht der Nordpol aus?« »Tja,« sagte Kaninchen und strich sich den Schnurrbart. »Was fragst du mich jetzt?« »Ich wusste es mal, ich habe es nur irgendwie vergessen,« sagte Christopher Robin leichthin. »Das ist merkwürdig,« sagte Kaninchen, »aber ich habe es auch vergessen, obwohl ich es mal gewusst habe.« »Ich nehme an, er ist einfach ein Pfahl oder Pol oder so, der irgendwie im Boden steckt, oder?« »Bestimmt ist es ein Pfahl,« würde man ihn ja nicht einen Pol nennen, und wenn er ein Pol ist, dann würde ich doch annehmen, dass er im Boden steckt, meinst du nicht auch? Denn wo soll man ihn sonst reinstecken?« »Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das Einzige, was wir jetzt noch wissen müssen, sagte Kaninchen, ist folgendes. »Wo steckt er?« »Das suchen wir ja gerade,« sagte Christopher Robin. Sie gingen zurück zu den anderen. Ferkel lag auf dem Rücken und schlief friedlich. Ruh wusch sich Gesicht und Pfoten im Bach, während Kenga jedem stolz erklärte, dass Ruh sich heute zum ersten Mal selbst das Gesicht wusch, und Eule erzählte Kenga eine interessante Anekdote voller langer Wörter wie »Enzyklopädie« und »Rhododendron«, welcher Kenga nicht zuhörte. »Ich halte nichts von dieser ganzen Wascherei,« murrte I.A., dieser Moderne hinter den Ohren »Was meinst du, Poo?« »Tja,« sagte Poo, »ich meine, aber wir werden nie erfahren, was Poo meinte, denn nacheinander kamen ein plötzliches Quieken und ein Platschen von Ruh und ein lauter Alarmschrei von Kenga. »So viel zum Thema Waschen,« sagte I.A. »Ruh ist ins Wasser gefallen,« schrie Kaninchen und kam zusammen mit Christopher Robin zur Rettung angerannt. »Seht mal, wie schwimme,« quiekte Ruh mitten in seinem kleinen Teich und wurde einen Wasserfall hinunter und in den nächsten Teich gerissen. »Geht es dir gut, Ruh, mein Liebling?« rief Kenga ängstlich. »Ja,« sagte Ruh, »seht mal, wie schwimmt« und mit dem nächsten Wasserfall ging es hinunter in den nächsten kleinen Teich. Jeder unternahm etwas, um zu helfen. Ferkel, plötzlich hellwach, hüpfte auf und ab und machte Geräusche, die sich wie »Ohaber auch« anhörten. Eule erklärte, dass es in einem Fall von unvermittelten und vorübergehenden Eintauchens ins Wasser von größter Wichtigkeit sei, den Kopf über demselben zu halten. Kenga sprang am Bach entlang und sagte »Bist du sicher, dass es dir gut geht, Ruh, mein Liebling?« Worauf Ruh aus dem kleinen Teich, in dem es gerade war, antwortete »Sieb mal, ich schwimme!« I.A. hatte sich umgedreht und seinen Schwanz in den ersten Teich gehängt, in den, in welchen Ruh gefallen war, und mit dem Rücken zum Schauplatz des Unfalls grummelte er leise vor sich hin »Immer diese Wascherei, aber halt dich einfach an meinem Schwanz fest, kleinen Ruh, dann kann dir gar nichts passieren« und Christopher Robin und Kaninchen stürmten an I.A. vorbei und riefen »Liegt weiter unten etwas langes über den Bach, ihr Burschen« rief Kaninchen. Aber Puh holte bereits etwas. Zwei Teiche unter Ruh stand er mit einem langen Pfahl in den Pfoten und Kenga nahm am anderen Ufer das andere Ende und sie hielten den Pfahl zwischen sich über den unteren Teil des Teiches und Ruh das immer noch stolz »Seht mal, wie schwimmen kann« es von Kenga ausgeschimpft und abgetrocknet wurde. »Puh, hast du gesehen, wie ich geschwommen bin? Das nennt man nämlich Schwimmen, was ich gerade getan habe. Kaninchen, hast du gesehen, was ich gemacht habe? Ich bin geschwommen. Hallo, Ferkel, Ferkel, hörst du mich? Rat mal, was ich gerade getan habe. Geschwommen bin ich. Christopher Robin, hast du gesehen, wie ich...« Aber Christopher Robin hörte nicht zu. Er sagte er. »Wo hast du diesen Pfahl gefunden?« Puh betrachtete den Pfahl in seinen Händen. »Ich habe ihn gerade gefunden,« sagte er. »Ich dachte, er könnte vielleicht nützlich sein. Ich habe ihn einfach aufgehoben.« »Puh«, sagte Christopher Robin feierlich, »die Expedition ist vorbei. Du hast den Nordpol gefunden. »Ach«, sagte Puh. I.A. saß am Ufer und hielt den Schwanz ins Wasser, als alle zu ihm zurückkehrten. »Kann jemand mal Ruhe sagen, dass er sich beeilen soll?« sagte er. »Mein Schwanz wird kalt. Ich will es ja gar nicht erwähnen, aber ich erwähne es nur. Ich will mich nicht beklagen, aber so ist es nun mal. Mein Schwanz wird kalt. Hier bin ich,« kriegte Ruhe. »Ach, da bist du ja.« »Hast du gesehen, wie ich geschwommen bin?« I.A. zog den Schwanz aus dem Wasser und schwenkte ihn von links nach rechts. »Wie ich erwartet hatte,« sagte er, »kein Gefühl mehr drin, völlig abgestorben, genau das ist nämlich passiert. Abgestorben. Naja, solange das niemanden stört, ist es wohl auch nicht weiter schlimm.« »Armer alter I.A.« »Ich trockne ihn dir ab,« sagte Christopher Robin, nahm sein Taschentuch und rubbelte ihn ab. »Danke, Christopher Robin, du bist der Einzige, der etwas von Schwänzen zu verstehen scheint. Die anderen denken nicht. So sieht es nämlich bei manchen aus. Sie haben keine Fantasie. Für sie ist ein Schwanz kein Schwanz, sondern nur eine kleine Zugabe hinten am Rücken. »Lass sie doch, I.A.,« sagte Christopher Robin und rubbelte so stark er konnte. »Ist das besser?« »Es fühlt sich vielleicht mehr wie ein Schwanz an. Es gehört wieder dazu, falls du weißt, was ich meine.« »Hallo, I.A.,« sagte Puh, der mit seinem Pfahl zu ihnen kam. »Hallo, Puh, danke der Nachfrage, aber in ein bis was benutzen?« »Das, worüber wir gerade reden.« »Ich habe über gar nichts geredet,« sagte Puh und sah verdutzt aus. »Wieder mein Fehler.« »Ich dachte, du hättest gesagt, wie leid dir die Sache mit meinem Schwanz tut, dass er völlig abgestorben ist und du vielleicht irgendwie behilflich sein könntest.« »Nein,« sagte Puh, »das war ich nicht,« sagte er. Er dachte ein bisschen nach und schlug dann hilfsbereit vor, »vielleicht war es jemand anderes.« »Na, dann richte ihm einen schönen Dank von mir aus, wenn du ihn siehst.« Puh sah Christopher Robin besorgt an. »Puh hat den Nordpol gefunden,« sagte Christopher Robin. »Ist das nicht wunderschön?« Puh sah bescheiden zu Boden. »Ist er das?« sagte I.A. »Ja,« sagte Christopher Robin. »Das, was wir gesucht haben?« »Ja,« sagte Puh. »Ach,« sagte I.A. »Na, jedenfalls hat es nicht geregnet,« sagte er. Sie steckten den Pfahl in den Boden und Christopher Robin befestigte eine Botschaft daran. »Nutpol enttagged von Puh. Puh hat ihn gefunden.« Dann gingen sie alle wieder nach Hause. Und ich glaube, aber ich weiß es nicht genau, dass Ruh ein heißes Bad genommen hat und dann sofort zu Bett gegangen ist. Aber Puh ging in sein eigenes Haus und da er sehr stolz war auf das, was er getan hatte, nahm er noch eine Kleinigkeit zu sich, um wieder zu Kräften zu kommen. Neuntes Kapitel In welchem Ferkel völlig von Wasser umgeben ist. Es regnete und regnete. Ferkel sagte sich, dass es in seinem ganzen Leben noch nie und es Ferkel war nun wirklich weiß Gott wie alt? Drei oder vier? So viel Regen gesehen hatte. Tage, Tage, tagelang. Wenn ich doch, dachte es, als es aus dem Fenster blickte, in Poos Wohnung gewesen wäre, oder in Christopher Robbins Wohnung, oder in Kaninchens Wohnung, als es anfing zu regnen, dann hätte ich die ganze Zeit Gesellschaft gehabt, anstatt hier ganz allein zu sein und nicht zu tun zu haben, als mich zu fragen, wann es wieder aufhört. Und es stellte sich selbst zusammen mit Puh vor, und wie Puh sagte, ist es nicht grässlich, Ferkel? Und wie Ferkel sagte, wie es wohl bei Christopher Robin aussieht? Und wie Puh sagte, ich möchte annehmen, dass das arme alte Kaninchen inzwischen völlig überflutet ist. Es wäre ja richtig schön gewesen, so reden zu können, und es hat ja auch wirklich nicht viel Sinn, etwas so Aufregendes wie eine Überschwemmung zu erleben, wenn man sie mit niemandem teilen konnte. Denn es war ziemlich aufregend. Die kleinen trockenen Gräben, in denen Ferkel so oft herumgeschnüffelt hatte, waren zu Bächen geworden. Die kleinen Bäche, in denen es geplanscht hatte, waren jetzt Flüsse, und der Fluss, an dessen steilen Ufern sie so froh gespielt hatten, hatte flegelhaft sein Bett verlassen und beanspruchte überall so viel Platz, dass Ferkel sich allmählich fragte, ob er wohl bald auch in sein Ferkels Bett kommen würde. Es ist ein bisschen beängstigend, sagte es sich, ein sehr kleines Tier zu sein, das völlig von Wasser umgeben ist. Christopher Robin und Pooh könnten entkommen, indem sie auf Bäume klettern, und Kenga könnte entkommen, indem sie springt, und Kaninchen könnte durch Buddeln entkommen, und Eule könnte durch Fliegen entkommen, und Ia könnte dadurch entkommen, dass er lauten Lärm macht, bis er gerettet wird, und hier bin ich von Wasser umgeben, und ich kann gar nichts tun. Es regnete weiter, und jeden Tag stieg das Wasser ein bisschen, und jetzt hatte es schon fast Ferkels Fenster erreicht, und Ferkel hatte immer noch nichts unternommen. Zum Beispiel Puh, dachte es, Puh hat nicht viel Verstand, aber ihm stößt nie etwas zu, er tut das Falsche und das stellt sich dann als das Richtige heraus, oder Eule, Eule hat zwar nicht gerade Verstand, aber sie weiß Sachen, sie wüsste, was man tun müsste, wenn man von Wasser umgeben ist, oder Kaninchen, Kaninchen hat nichts aus Büchern gelernt, aber es kann sich Sie ist nicht schlau, Kenga schon gar nicht, aber sie würde sich solche Sorgen um Ruh machen, dass sie wüsste, was man tun muss, und dann gibt es noch I.A., und I.A. geht es sowieso so lausig, dass ihm dies auch nichts mehr ausmachen würde, aber ich wüsste gern, was Christopher Robin jetzt täte. Dann fiel ihm plötzlich eine Geschichte ein, die ihm Christopher Robin schrieben und die Flasche ins Meer geworfen hatte. Und Ferkel dachte, wenn es etwas in eine Flasche schriebe und sie ins Wasser wirfe, käme vielleicht einer und würde es retten. Ferkel verließ das Fenster und begann seine Wohnung abzusuchen, soweit sie noch nicht unter Wasser stand. Und schließlich fand es einen Bleistift und ein kleines Stück trockenes Papier und eine Flasche mit Hilfe Pferkel in Klammern ich und auf die andere Seite Ich bin's Pferkel Komma Hilfe Hilfe Ausrufe Zeichen Dann steckte es den Zettel in die Flasche und verkorkte die Flasche so fest es konnte und beugte sich aus dem Fenster so weit es konnte ohne ins Wasser zu fallen und warf die Flasche so weit es konnte Platsch und nach kurzer Zeit tauchte sie wieder auf und es beobachtete wie sie langsam in die Ferne davon trieb bis seine Augen vom Beobachten schmerzten und manchmal glaubte Ferkel es sei die Flasche und manchmal glaubte es es sei nur eine kleine Welle der es mit seinen Blicken folgte und dann wusste es plötzlich dass es die Flasche nie wieder sehen würde und dass es alles getan hatte was in seiner Macht stand um sich zu retten also jetzt dachte es muss ein anderer etwas unternehmen und ich hoffe er tut es schnell denn wenn er das nicht tut muss ich schwimmen und das kann ich nicht und deshalb hoffe ich er tut es bald und dann seufzte es sehr lange und sagte wenn doch Puh nur hier wäre zu zweit ist es viel angenehmer als es anfing zu regnen schlief Puh es regnete und regnete und regnete und er schlief und schlief und schlief er hatte einen sehr anstrengenden Tag gehabt du weißt ja noch wie er den Nordpol entdeckt hatte ja und darauf war er so stolz gewesen dass er Christopher Robin gefragt hatte ob es noch weitere Pole gab die zum Beispiel ein Bär von sehr wenig Verstand entdecken konnte es gibt einen Südpol sagte Christopher Robin und ich nehme an dass es auch einen Ostpol und einen Westpol gibt obwohl man allgemein nicht gern über sie spricht Puh war sehr aufgeregt als er das hörte und schlug eine Exposition zur Entdeckung des Ostpols vor aber Christopher Robin hatte mit Kanga schon etwas anderes vor also ging Puh alleine los um den Ostpol auf eigene Faust zu entdecken ob er ihn entdeckt hat oder nicht habe ich vergessen aber er war so müde als er nach Hause Er hatte einen Bienenkorb gefunden in dem er schlafen konnte aber in dem Bienenkorb war nicht genug Platz für seine Beine und er hatte sie draußen gelassen und wilde Wuschel wie sie am Ostpol hausen kamen und knabberten und knabberten den ganzen Pelz von seinen Beinen ab um Nester für ihre Jungen zu bauen und je mehr sie knabberten desto kälter wurden seine Beine bis er plötzlich mit einem Au aufwachte und da war er und er saß auf seinem Stuhl und seine Füße steckten im Wasser und überall rings um ihn her war Wasser er planschte zu seiner Tür und sah hinaus dies ist ernst sagte Puh ich muss entkommen also nahm er seinen größten Topf Honig und entkam mit ihm auf einen dicken Ast seines Baumes schön weit über dem Wasser und dann kletterte er wieder hinunter und entkam mit einem zweiten Topf und als er vollständig entkommen war saß Puh auf seinem Ast baumelte mit den Beinen und dort neben ihm standen zehn Töpfe Honig zwei Tage später saß Puh auf seinem Ast baumelte mit den Beinen und dort neben ihm standen vier Töpfe Honig drei Tage später saß Puh auf seinem Ast baumelte mit den Beinen und dort neben ihm stand ein Topf Honig vier Tage später saß Puh auf seinem Ast und am Morgen des vierten Tages geschah es dass Ferkels Flasche vorbeigetrieben kam und mit einem lauten Schrei Honig ließ sich Puh ins Wasser plumpsen ergriff die Flasche und quälte sich wieder zurück auf seinen Baum so ein Mist sagte Puh als er sie öffnete so nass für nichts und wieder nichts was soll denn dieser Zettel er nahm ihn heraus und betrachtete ihn es ist eine Botschaft sagte er sich das ist es nämlich und dieser Buchstabe ist ein Puh und der auch und Puh heißt Hu also ist es eine sehr wichtige Botschaft für mich und ich kann sie nicht lesen ich muss Christopher Robin oder Eule oder Ferkel finden einen dieser schlauen Leser die Sachen lesen können und sie werden mir sagen was diese Botschaft bedeutet ich kann leider nur nicht schwimmen so so ein Mist dann hatte er eine Idee und ich finde dass sie für einen Bären von sehr wenig Verstand eine gute Idee war er sagte sich wenn die Flasche schwimmen kann dann kann ein Topf auch schwimmen und wenn ein Topf schwimmt kann ich mich auf den Topf setzen wenn der Topf sehr groß ist also nahm er den größten Topf und verschloss ihn sorgfältig alle Schiffe müssen einen Namen haben sagte er deshalb werde ich meins der schwimmende Bär nennen und mit diesen Worten ließ er sein Schiff ins Wasser fallen und sprang hinterher zuerst waren Puh und der schwimmende Bär sich nicht einig welcher von beiden oben hingehörte aber nachdem sie eine bis zwei verschiedene Stellungen ausprobiert hatten einigten sie sich darauf dass der schwimmende Bär unten blieb und der siegreiche Puh stolz im Herrensitz oben wobei er eifrig mit den Füßen paddelte Christopher Robin wohnte ganz oben im Wald es regnete und regnete und regnete aber das Wasser konnte nicht bis zu seinem Haus steigen es war eigentlich ganz hübsch hinunter in die Täler zu schauen und rings um das Wasser zu sehen aber es regnete so heftig dass er meistens zu Hause blieb und über Sachen nach dachte jeden Morgen ging er mit seinem Schirm vor die Tür und steckte dort wo das Wasser schon angekommen war ein Stöckchen in die Erde und jeden nächsten Morgen ging er wieder vor die Tür und konnte das Stöckchen nicht mehr sehen deshalb steckte er dort wo das Wasser inzwischen angekommen war ein neues Stöckchen in die Erde und dann ging er wieder nach Hause und jeden Morgen hatte er einen kürzeren Nachhause Weg als am Morgen zuvor Am Morgen des fünften Tages sah er dass er ringsum von Wasser umgeben war und da wusste er dass er auf einer richtigen Insel wohnte was sehr aufregend war An diesem Morgen geschah es dass Eule über das Wasser geflogen kam um wie geht es dir zu ihrem Freund Christopher Robin zu sagen sag mal Eule sagte Christopher Robin macht das nicht Spaß ich bin auf einer Insel die atmosphärischen Konditionen waren in letzter Zeit sehr ungünstig sagte Eule die was es hat geregnet erläuterte Eule ja sagte Christopher Robin es hat geregnet der Pegelstand ist unverhältnismäßig hoch der wehr es ist überall viel Wasser erläuterte Eule ja sagte Christopher Robin viel Wasser ich wage jedoch eine günstige Prognose zu stellen es kann jetzt jederzeit hast du Puh gesehen nein es kann jetzt jederzeit ich hoffe es geht ihm gut sagte Christopher Robin ich habe mir schon Sorgen um ihn gemacht ich nehme an er ist mit Ferkel zusammen glaubst du es geht ihnen gut Eule ich nehme es an es kann jetzt jederzeit flieg doch mal hin und sieh nach Eule weil Puh nicht sehr viel verstand hat und etwas dummes anstellen könnte und ich ihn doch so liebe Eule verstehst du Eule alles klar sagte Eule ich fliege bin gleich wieder zurück und sie flog davon bald war sie wieder da Puh ist nicht da sagte sie nicht da er war da er hat mit neun Töpfen Honig vor seiner Wohnung auf einem Ast gesessen aber jetzt ist er nicht mehr da ach Puh schrie Christopher Robin wo bist du hier bin ich sagte eine brummige stimme hinter ihm Puh sie fielen einander in die Arme wie bist du hierher gekommen Puh fragte Christopher Robin als er widersprechen konnte auf meinem Schiff sagte Puh stolz mir war eine sehr wichtige Botschaft in einer Flasche zugeschickt worden und da ich sie nicht lesen konnte weil mir etwas Wasser in die Augen geraten war habe ich sie dir mitgebracht auf meinem Schiff mit diesen stolzen Worten überreichte er Christopher Robin die Botschaft aber die ist ja von Ferkel schrie Christopher Robin als er sie gelesen hatte steht da gar nichts über Puh drin fragte der Bär der ihm über die Schulter sah Christopher Robin las die Botschaft laut vor ach diese P's gehören zu Ferkel ich dachte es wären lauter Puh wir müssen es sofort retten ich dachte es wäre mit dir zusammen Puh Eule könntest du auf deinem Rücken Ferkel retten ich glaube nicht sagte Eule nachdem sie angestrengt nachgedacht hatte es ist mehr als zweifelhaft ob ich die notwendige Rücken Muskulatur würdest du dann sofort zu Ferkel fliegen und ihm sagen dass Rettung unterwegs ist und Puh und ich werden über eine Rettung nachdenken und so schnell wir können kommen nicht sprechen Eule beeil dich und Eule die immer noch über eine Antwort nachdachte flog davon also Puh sagte Christopher Robin wo ist nun dein Schiff ich sollte vielleicht sagen erläuterte Puh als sie zur Küste der Insel hinuntergingen dass es kein ganz gewöhnliches Schiff ist manchmal ist es ein Schiff und manchmal eher ein Unfall kommt immer drauf an worauf darauf ob ich darauf bin oder darunter oh und wo ist es da sagte Puh und zeigte stolz auf der schwimmende Bär es war nicht das was Christopher Robin erwartet hatte und je mehr er das Schiff ansah desto mehr dachte er was für ein tapferer und schlauer Bär Puh doch war und je mehr Christopher Robin dies dachte desto mehr guckte Puh an seiner Nase entlang zu Boden und versuchte so zu tun als wäre er gar nicht tapfer und schlau aber für zwei von uns ist es zu klein sagte Christopher Robin traurig drei von uns mit Ferkel das macht es noch kleiner ach Puh Bär was sollen wir nur tun und dann sagte dieser Bär Puh Bär Winnie der Puh FVF Freund von Ferkel KG Kaninchens Genosse PE Pol Entdecker IAT und Schü F IAs Tröster und Schwanzfinder Nämlich er selbst Puh sagte etwas so Schlaues dass Christopher Robin ihn nur mit offenem Mund anstarren konnte und sich fragte ob dies wirklich der Bär von so wenig Verstand war den er schon so lange kannte und liebte dass sie das tatsächlich vielleicht könnten er öffnete seinen Schirm und legte ihn mit der Spitze nach unten aufs Wasser er ging nicht unter aber er schwankte Puh stieg ein er wollte gerade sagen jetzt sei alles in Ordnung als er merkte dass das gar nicht stimmte und so wartete er nach einem Schluck Wasser den er eigentlich nicht gewollt hatte zurück zu Christopher Robin dann stiegen sie beide zusammen ein und nun schwankte der Schirm nicht mehr ich werde dieses Schiff Puhs Verstand nennen sagte Christopher Robin und Puhs Verstand setzte unverzüglich Segel in südwestliche Richtung und drehte sich dabei anmutig um sich selbst du kannst dir Ferkels Freude vorstellen als endlich das Schiff in Sicht kam in späteren Jahren dachte Ferkel gern es habe zwar durchaus während der schrecklichen Überschwemmungen in sehr großer Gefahr geschwebt aber die einzige echte Gefahr in der es sich befunden habe während der letzten halben Stunde seiner Gefangenschaft bestanden als Eule die gerade herbeigeflogen sei auf einem Ast des Baumes gesessen habe um es zu trösten und ihm eine sehr lange Geschichte über eine Tante erzählt habe die aus Versehen ein Möwenei gelegt habe still und auf ganz natürliche Weise eingeschlafen sei wobei es langsam aus dem Fenster dem Wasser entgegen gerutscht sei bis es nur noch an den Zehen gehangen habe in welchem Augenblick glücklicherweise ein lauter heiserer Schrei von Eule der in Wirklichkeit zu Eulis Geschichte gehört und das wiedergegeben habe was Eulis Tante gesagt habe Ferkel geweckt und ihm gerade eben genug Zeit gegeben habe sich mit einem Ruck in Sicherheit zu bringen und wie interessant und war es nun ihr Eil zu sagen als na du kannst dir Ferkels Freude vorstellen als es endlich das stolze Schiff Poos verstand sah Kapitän C.Robin erster Steuermann P.Bär welches von weit her übers Meer gekommen war um es zu retten und da dies wirklich das Ende der Geschichte ist und ich nach dem letzten Satz sehr müde bin werde ich glaube ich hier aufhören 10. Kapitel in welchem Christopher Robin zu einer Pooh Party einlädt und wir uns verabschieden eines Tages war die Sonne zurückgekommen und stand wieder über dem Wald und sie hatte den Duft des Monats Mai mitgebracht und alle Bäche des Waldes blinkten und plapperten froh und bemühten sich ihre alte schöne Form und Gestalt wieder zu gewinnen und die kleinen Tümpel lagen da und träumten vom Leben das sie gesehen und den großen Dingen die sie vollbracht hatten und in und in der Wärme und Stille des Waldes probierte der Kuckuck vorsichtig seine Stimme aus und lauschte um zu erfahren ob er sie mochte und Waldtauben beklagten sich untereinander milde auf ihre träge bequeme Art ihre Schuld sei es nicht gewesen dass es so gekommen sei wie es gekommen sei aber das sei ja auch nicht weiter schlimm an so einem Tag Pfiff Christopher Robin diesen speziellen Pfiff den er beherrschte und Eule kam aus dem 160 Morgenwald herausgeflogen um zu erfahren was von ihr verlangt wurde Eule sagte Christopher Robin ich werde eine Party veranstalten eine Party wirst du veranstalten sagte Eule und es soll eine ganz spezielle Party werden denn sie wird deshalb standfinden weil Puh das getan hat als er das getan hat was er getan hat um Ferkel vor der Überschwemmung zu retten ach deshalb wirst du sie veranstalten sagte Eule ja sage also Puh bitte so schnell wie möglich Bescheid und allen anderen weil es nämlich morgen stattfinden wird ach morgen wird es stattfinden fragte Eule immer noch so hilfsbereit wie nur irgend möglich würdest du nun also vielleicht losfliegen und Bescheid sagen Eule dachte über einen möglichst klugen Spruch nach aber da ihr keiner einfiel flog sie los um den anderen Bescheid zu sagen und der erste dem sie Bescheid sagte war Puh Puh sagte sie Christopher Robin veranstaltet eine Party Oh sagte Puh und weil er dann sah dass Eule mehr von ihm erwartete sagte er gibt es da auch diese kleinen Kuchendinger mit rosa Zuckerguss Eule fand dass es weit unter ihrer Würde lag über kleine Kuchendinger mit rosa Zuckerguss zu sprechen und deshalb richtete sie Puh ganz genau aus was Christopher Robin gesagt hatte und flog weiter zu IA eine Party für mich dachte Puh wie toll und er begann sich zu fragen ob all die anderen Tiere wussten dass es eine spezielle Puh Party war und ob Christopher Robin ihnen von der schwimmende Bär und Puhs verstand und all den wunderbaren Schiffen die er erfunden und mit denen er die Meere bereist hatte erzählt haben mochte und er begann darüber nachzudenken wie grauenhaft es wäre wenn jeder es vergessen hätte und niemand so recht wüsste weshalb die Party eigentlich gefeiert würde und je mehr er so dachte desto wirrer wurde die Party in seinem Geiste wie ein Traum wenn nichts so richtig klappt und der Traum begann in seinem Kopf von allein zu singen bis er eine Art Lied wurde es war ein besorgtes Puh Lied ein dreifach hoch auf Puh auf Wind warum wozu auf Puh links Beifall rechts ein Buh das wusstest du doch du er hat seinen Freund vor dem Nasswerden gerettet drei hoch auf Bär auf wer auf Bär schwimmen konnte er nicht doch gerettet hat er den Wicht gerettet hast ihn du hört zu ich spreche von Puh nur zu von Puh mein Gedächtnis ist etwas schlicht also Puh war ein Bär von enormem Verstand da Kapo bitte Ruhe allerhand allerhand von enormem Verstand von enormem was er aß nicht er fraß und ob er im Wasser schwamm oder saß er trieb vor sich hin und das machte ihm Spaß auf eine Art Floß auf eine Art was auf eine Art Fass also bitte drei Hip Hip Hurras also bitte drei Herzhafte sowieso und hoffen wir dass er noch Jahre und Jahre lang unter uns weilt und noch gesünder und noch klüger und noch reicher wird und immer die Lage peilt für Puh drei Hurras für was drei Hurras für Bär für wer für Bär drei Hurras für den wunderbaren Winnie der Puh kann mir jemand sagen weshalb und wozu während dies in Puh vorging sprach Eule mit I.A. I.A. sagte Eule Christopher Robin veranstaltet eine Party sehr interessant sagte I.A. ich vermute sie werden mir die Reste schicken auf denen schon mal jemand herumgetrampelt hat sehr freundlich und sehr einfühlsam nichts zu danken bitte bitte schon gut es existiert eine Einladung für dich und wie sieht sie aus eine Einladung ja ich habe dich gehört wer hat sie fallen gelassen es handelt sich nicht um etwas es wahres sondern du wirst auf eine Party gebeten morgen I.A. schüttelte langsam den Kopf du meinst Ferkel der kleine Bursche mit den aufgeregten Ohren das ist Ferkel ich werde es ihm sagen nein nein sagte Eule die allmählich etwas eigen wurde es geht um dich bist du sicher natürlich bin ich sicher Christopher Robin hat gesagt sag allen anderen Bescheid allen anderen nur I.A. nicht allen sagte Eule beleidigt A.A. sagte I.A. ein Irrtum zweifelsohne zweifelsohne und auf der anderen und auf der anderen Seite saßen Kaninchen und Ruh und Kanga zwischen ihnen und Kaninchens sämtliche Bekannten und Verwandten breiteten sich auf dem Gras aus und warteten voller Hoffnung dass jemand das Wort an sie richtete oder etwas fallen ließ oder sie fragte wie spät es war es war die erste Party auf der Ruh je gewesen war und Ruh war sehr aufgeregt sobald sie alle saßen begann es zu reden Hallo Puh quiekte es Hallo Ruh sagte Puh Ruh hüpfte im Blitzen mehrmals auf und ab und danach noch einmal Hallo Ferkel quiekte es Ferkel winkte ihm mit einer Pfote zu und war zu beschäftigt um irgendetwas zu sagen Hallo I.A. sagte Ruh I.A. nickte ihm düster zu Bald wird es regnen du wirst schon sehen sagte er Ruh sah nach und Ruh sah dass es nicht regnete und deshalb sagte Ruh Hallo Eule und Eule begann in freundschaftlicher Weise Hallo mein Kleines und dann erzählte sie Christoph Robin weiter über den Unfall der beinahe einem ihrer Bekannten zugestoßen wäre den Christoph Robin nicht kannte und Kenga sagte zu Ruh trink zuerst deine Milch aus mein Schatz und danach kannst du sprechen liebes deshalb versuchte Ruh dass seine Milch trank zu sagen dass es beides gleichzeitig könne und danach musste man ihm auf den Rücken klopfen und es musste längere Zeit abgetrocknet werden als sie alle fast genug gegessen hatten knallte Christopher Robin seinen Löffel auf den Tisch und jeder hörte mit Reden auf nur Ruhe nicht dass gerade einen lauten Aufschluck Anfall hatte und versuchte auszusehen als hätte einer von Kaninchens Bekannten und Verwandten den Schluck auf diese Party sagte Christopher Robin ist eine Party wegen etwas das jemand getan hat und wir wissen alle wer es war und es ist eine Party weil er getan hat was er getan hat und ich habe ein Geschenk für ihn und hier ist es dann tastete er ein bisschen herum und flüsterte wo ist es während er suchte hustete I.A. auf beeindruckende Weise und begann zu sprechen Freunde sagte er und sonstiges herumwuselndes Kropzeug eingeschlossen es ist ein großes Vergnügen oder vielleicht sollte ich eher sagen es war bisher ein großes Vergnügen euch auf meiner Party zu sehen jeder von euch außer Kaninchen und Känga und Eule hätte so gehandelt wie ich ach außer Puh meine Bemerkungen erstrecken sich natürlich nicht auf Ferkel und Ruh weil sie zu klein sind jeder von euch hätte so gehandelt aber es traf sich zufällig so dass ich es war ich brauche kaum hinzuzufügen dass ich nicht ahnte dass ich dafür das bekommen würde was Christopher Robin gerade sucht und er legte ein Vorderbein an den Mund und sagte mit lautem Geflüster versuch's doch mal unterm Tisch und zwar für das was ich getan habe aber ich finde wir alle sollten alles was in unserer Macht steht tun um zu helfen ich finde wir sollten sagen sagte Ruh aus versehen Ruh liebes sagte Kenga tadelnd war ich das fragte Ruh ein bisschen erstaunt wovon spricht die A eigentlich flüsterte Perkel Puh zu ich weiß es nicht sagte Puh ziemlich trübselig ich dachte es wäre deine Party das dachte ich auch mal aber wenn es vielleicht doch nicht meine ist ich fände es schöner wenn es deine wäre als die von I.A. sagte Ferkel ich auch sagte Puh sagte Ruh wieder wie ich gerade sagte sagte I.A. laut und streng wie ich gerade sagte als ich von verschiedenen lauten Geräuschen unterbrochen wurde finde ich dass hier ist es schrie Christopher Robin aufgeregt reicht es dem dummen alten Puh weiter es ist für Puh für Puh sagte I.A. natürlich ist es für Puh den besten Bären auf der ganzen Welt das hätte ich mir denken können sagte I.A. aber wozu sich beklagen ich habe immerhin meine Freunde erst gestern hat jemand mit mir gesprochen und war es nicht letzte oder vorletzte Woche das Kaninchen in mich hineingerannt ist und so ein Mist gesagt hat die gesellige Runde ständig ist was los niemand hörte zu denn alle sagten Puh mach auf was ist drin Puh ich weiß was es ist nein weißt du nicht und andere hilfreiche Bemerkungen dieser Gattung und natürlich machte Puh es so schnell auf wie er nur irgend konnte aber ohne den Bindfaden zu zerschneiden denn man weiß ja nie wann ein Stück Bindfaden sich als nützlich erweisen könnte schließlich war das Geschenk fast ausgepackt als Puh sah was es war fiel er fast um so erfreut war er es war ein spezieller bunt stift kasten es gab stifte auf denen B stand und das hieß Bär und es gab stifte auf denen H B stand und das hieß hilfsbereiter Bär und es gab stifte auf denen T B stand und das hieß tapferer Bär es gab ein Messe mit dem man alle stifte anspitzen konnte und einen radiergummi mit dem man alles ausradieren konnte was man falsch buchstabiert hatte und ein lineal damit die wörter etwas hatten worauf sie gehen konnten und Zentimeter waren auf dem lineal verzeichnet falls man wissen sollte wie viele Zentimeter lang alles war und blaue Stifte und rote Stifte und grüne Stifte um spezielle Sachen in blau und rot und grün sagen zu können und all diese herrlichen Sachen waren in ihren eigenen kleinen Taschen in einem speziellen Kasten der klick machte wenn man ihn zuklickte und sie waren alle für Poo Oh sagte Poo Oh Poo sagten alle anderen außer I.A. Danke brummte Poo I.A. sagte nämlich still vor sich hin diese ganze Schreiberei Bleistifte und was nicht alles überbewertet wenn er mich fragt steckt noch nichts dahinter später als sie alle liebe wohl und danke zu Christopher Robin gesagt hatten gingen Poo und Ferkel nachdenklich durch den goldenen Abend nach Hause und lange war es ganz still wenn du morgen aufwachst Poo sagte Ferkel schließlich was sagst du dann als erstes zu dir was gibt's zum Frühstück sagte Poo was sagst du Ferkel ich sage ich frage mich was heute Aufregendes passieren wird sagte Ferkel Poo nickte gedankenschwer das ist dasselbe sagte er und was ist passiert fragte Christopher Robin wann am nächsten morgen ich weiß es nicht könntest du nachdenken und es mir und Poo irgendwann erzählen wenn wenn du es dir sehr wünschst Poo wünscht es sich sehr sagte Christopher Robin er seufzte ganz tief hob seinen Bären am Bein auf und ging zur Tür wobei er Winnie den Poo hinter sich her zog bei der Tür drehte er sich um und sagte kommst du mit und siehst dir an wie ich bade vielleicht sagte ich war Poo Buntstift Kasten besser als meiner er war genau wie deiner sagte ich er nickte und ging hinaus und einen Augenblick später hörte ich Winnie den Poo rumpel die pumpel wie er hinter ihm die Treppe hinauf ging die kitten sch 18 1 2 Bis zum nächsten Mal.